Jules Verne – Eine Überwinterung im Eise Gelesen von Karl-Heinz Gabor Erstes Kapitel – Die schwarze Flagge An einem 12. Mai, irgendwann in den Jahren des 19. Jahrhunderts, um 5 Uhr morgens, erhob sich der Pfarrer der alten Kirche in Dünkirchen, um wie gewöhnlich die erste stille Messe zu lesen, bei der nur einige alte Fischer zugegen zu sein pflegten. Er wollte sich mit seinen Priesterkleidern angetan soeben zum Altar begeben, als ein Mann Freude und Aufregung in den Zügen zu ihm in die Sakristei trat. Es war ein Schiffer im Alter von etwa 60 Jahren, aber mit noch kräftiger gedrungener Gestalt und gutem, ehrlichem Gesicht. »Herr Pfarrer, halt dich bittschön«, rief er. »Was wollen Sie denn, so früh am Tage, Johann Gornlitt?«, fragte der Pastor. »Was ich will, am liebsten Ihnen um den Hals fallen, Herr Pastor, nichts mehr und nichts weniger.« »Aber doch erst nach der Messe, der Sie jetzt wohl beiwohnen werden.« »Ach was, Herr Pastor«, entgegnete lachend der alte Seemann, »kümmern Sie sich heute nicht um die Messe, Sie müssen mir einen anderen Dienst erweisen.« »Warum soll ich meine Messe nicht lesen, Johann Gornlitt? Erklären Sie sie schnell, die Glocke hat zum dritten Mal geläutet,« drängte der Pfarrer. »Mag Sie nun geläutet haben oder nicht, Herr Pastor«, versetzte Johann Gornlitt, »wir werden Sie heute noch oftmals läuten hören. Haben Sie mir ja versprochen, die Heirat meines Sohnes Ludwig und meiner Nichte Marie mit ihren eigenen Händen einzusegnen.« »So ist Ludwig angekommen,« rief freudig der Pfarrer. »Ja, oder doch so gut wie angekommen,« antwortete Gornlitt und rieb sich vor Vergnügen die Hände. »Die Wache hat bei Sonnenaufgang unserer Brick signalisiert, die Sie selbst auf den schönen Namen Jeunardie getauft haben. So wünsche ich Ihnen aus tiefstem Herzen Glück, mein alter Gornlitt,« sagte der Pfarrer und legte sein Messgewand und seine Stola ab. »Ich bin unserer Verabredung ein Gedenk und werde mich heute von dem Vekar vertreten lassen, um Ihnen für die Trauung Ihrer Kinder zur Verfügung zu stehen. Und ich verspreche Ihnen dafür, dass Sie nicht zu lange nüchtern bleiben,« rief der Seemann. »Das Aufgebot haben Sie bereits erlassen. So brauchen Sie meinen Sohn nur noch von den Sünden zu absolvieren, die man in den nördlichen Meeren zwischen Himmel und Erde begehen kann. War es nicht eine prächtige Idee von mir, die Hochzeit gleich auf den Tag seiner Rückkehr anzusetzen und zu bestimmen, dass er seine Brick nur verlassen soll, um zur Trauung nach der Kirche zu gehen. »Ordnen Sie alles an, Kornbüt. Gewisser Pfarrer, ich werde mich beeilen. Auf baldiges Wiedersehen.« Der Seemann eilte mit großen Schritten nach seinem am Kai gelegenen Haus, von welchem aus man zu seinem großen Stolz auf das Meer schauen konnte. Johann Kornbüt war für seine Verhältnisse wohlhabend. Nachdem er lange Zeit die Schiffe eines reichen Räders in Havre befehligt hatte, ließ er sich in seinem Heimatort nieder und baute hier auf eigene Rechnung die Brick Jeunardie. Mehrere Reisen des Schiffes nach dem Norden nahmen einen glücklichen Verlauf und er wurde seine Holzeisen- und Teerladungen immer zu guten Preisen los. Johann Kornbüt trat nun seinem Sohn Ludwig, einem wackeren Seemann von 30 Jahren, das Kommando ab. Derselbe war nach der Aussage aller Küstenfahrerkapitäne einer der tüchtigsten Matrosen aus ganz dünnen Kirchen. Ludwig Kornbüt hing mit großer Liebe an Marie, der Nichte seines Vaters, und auch dieser wurden die Tage von Ludwigs Abwesenheit sehr lang. Marie war kaum 20 Jahre alt und eine schöne Flammländerin mit einem Tropfen holländischen Bluts in den Adern. Ihre Mutter hatte sie auf dem Totenbett ihrem Bruder Johann Kornbüt empfohlen und der wackere Seemann hatte das Vertrauen der armen Frau nicht zu Schanden gebracht. Er liebte Marie wie seine eigene Tochter und sah in der beabsichtigten Vereinigung seines Sohnes mit ihr eine Quelle dauernden Glücks. Mit der Ankunft der signalisierten Brücke auf der Höhe des Fahrwassers endigte eine wichtige kommerzielle Unternehmung, von welcher Johann Kornbüt großen Gewinn erwartete. Die Jeunardie war ein volles Vierteljahr unterwegs gewesen, kam in letzter Linie von Baudou an der Westküste von Norwegen zurück und hatte ihre Reise rasch vollendet. Als Johann Kornbüt in seine Wohnung trat, fand er das ganze Haus in lebhafter Aufregung. Marie legte mit freudestrahlenden Augen ihr Brautkleid an. »Wenn nur die Brücke nicht eher ankommt als wir«, rief sie. »Bereile dich, Kleine«, drängte Johann Kornbüt, »der Wind kommt von Norden her und die Jeunardie fährt gut, wenn sie Raumschutz segelt.« »Haben Sie unsere Freunde benachrichtigt, Onkel?« fragte Marie. »Gewiss.« »Auch den Notar und den Pfarrer?« »Sei unbesorgt. Mir scheint, nur du allein wirst uns warten lassen.« In diesem Augenblick trat Gefatter Klerbeau ein. »Nun, mein alter Korbüt, das nenn ich Glück«, rief er aus. »Dein Schiff kommt gerade zur Zeit an. Die Regierung hat soeben große Holzlieferungen für die Marine ausgeschrieben.« »Was geht das mich an?« fragte Johann Kornbüt. »Wir haben jetzt an anderes zu denken als an die Regierung. Sie müssen wissen, Herr Klerbeau, dass wir jetzt nur einen Gedanken haben, und das ist die Rückkehr unseres Ludwig.« »Ich will nicht leugnen, dass«, meinte der Gevatter, »aber diese Holzlieferungen...« »Sie werden doch auch bei der Hochzeit sein«, fragte Johann Kornbüt, indem er ihm in die Rede fiel und dem Geschäftsmann mit solcher Herzhaftigkeit die Hand drückte, dass dieser meinte, er wolle sie ihm zermalmen. »Die Holzlieferungen.« »Alle unsere Freunde zu Wasser und zu Lande sind dabei, Klerbeau. Ich habe sie schon sämtlich benachrichtigt und gedenke, auch die ganze Mannschaft der Brigg einzuladen.« »Werden wir sie am Hafendamm erwarten?«, fragte Marie. »Ich denke doch«, antwortete Johann Kornbüt. »Der Zug geht zu zweien mit der Musik voran.« Die Gäste kamen alsbald an und obgleich es noch sehr früh am Tag war, fehlte nicht ein einziger am Versammlungsplatz. Jeder beeilte sich dem wackeren Seemann zur Ankunft seines Sohnes Glück zu wünschen, und jeder freute sich mit ihm, denn er genoss große Liebe und Achtung im ganzen Orte. Marie lag auf den Knien und sandte statt ihrer sonstigen Gebete inbrünstige Danksagungen zum Himmel empor. Bald trat sie, schön geschmückt, wieder in den gemeinsamen Saal, ließ sich von allen Gevatterinnen die Wange küssen und reichte den Gevattern ihre Hand. Nun gab Johann Kornbüt das Zeichen zum Aufbruch. Es war ein interessantes Schauspiel, wie die freudig bewegte Schar bei Sonnenaufgang den Weg zum Meer einschlug. Die Nachricht von der Ankunft der Brigg war schnell im Hafen bekannt geworden, und wo der Zug vorüberkam, zeigten sich Köpfe in Nachthauben an den Fenstern und in den halb geöffneten Türen. Von allen Seiten winkte man Grüße und Glückwünsche. So kam der Hochzeitszug unter Lobsprüchen und Segnungen am Hafendamm an, das Wetter war prächtig geworden, es schien fast, als wolle sich die Sonne am Fest beteiligen. Ein schöner Nordwind schwellte die Wogen, und einige Fischerschaluppen, die alle Segel so dicht wie möglich beim Wind gestellt hatten, durchstreiften in rascher Fahrt das Meer zwischen den Hafendämmen. Der Kai des Hafens von Dünkirchen wird durch zwei Molen verlängert, die weit ins Meer hinausreichen. Die fröhliche Schar nahm die ganze Breite der nördlichen Mole ein und erreichte bald ein kleines Häuschen, das am Ende derselben lag und in dem der Hafenwächter wohnte. Die Brigg Johann Kornwütz war jetzt mehr und mehr sichtbar geworden, der Wind machte sich frischer auf und die Jeunardie segelte schnell unter ihren Marssegeln, ihrem Fock- und Briggsegel und ihren Bram- und Oberbram-Segeln vor dem Winde. Augenscheinlich herrschte an Bord eben solche Freude wie ein Land. Johann Kornwütz hatte ein langes Fernrohr in der Hand und antwortete munter auf die Fragen seiner Freunde. »Meine schöne Brigg«, rief er so hübsch und blank, als liefe sie eben aus dem Hafen von Dünkirchen aus. »Keine Havarie, kein einziges Tau weniger.« »Sehen Sie Ihren Sohn, den Kapitän?«, fragte man. »Nein, noch nicht, er hat natürlich jetzt viel zu tun.« »Warum mag er seine Flagge nicht aufziehen?«, fragte Clarebeau. »Ich weiß nicht, mein alter Freund, er wird wohl seine Gründe dazu haben.« »Bitte gib mir dein Fernrohr, lieber Onkel«, rief jetzt Marie und nahm ihm das Instrument aus den Händen. »Ich möchte die Erste sein, die ihn sieht.« »Ich bitte doch zu bedenken, dass er mein Sohn ist, Fräulein«, meinte der Alte scherzend. »Dein Sohn ist er seit dreißig Jahren«, entgegnete lachend das junge Mädchen, »mein Bräutigam aber erst seit zwei Jahren.« Die Jeunardie war jetzt ganz in Sicht, die Mannschaft traf bereits ihre Vorbereitungen zur Landung. Die hohen Segel waren aufgestellt und man konnte einige Matrosen erkennen, die in die Takelage eilten. Aber weder Marie noch Johann Kornbüt hatten bis jetzt dem Kapitän der Brücke einen Gruß zuwinken können. »Dort ist der Obersteuermann André Wassling«, rief Clarebeau. »Und dort Fidel Misson, der Zimmermann«, bemerkte ein Hochzeitskast. »Und jetzt sehe ich auch unseren Freund Penelon«, rief ein anderer, indem er dem Erwähnten ein Zeichen machte. Die Jeunardie war nur noch drei Kabellängen vom Ufer entfernt. Da stieg ein schwarzes Segel an der Gaffel des Bricksegels auf. Es war Trauer an Bord. Ein Gefühl namenlosen Schreckens durchzuckte alle, besonders aber das Herz der jungen Braut. Die Brück lief langsam in den Hafen ein und kaltes, tiefes Schweigen herrschte auf dem Verdeck. Bald hatte sie das Ende des Hafendammes passiert und Marie sowie Johann Kornbüt und alle Freunde stürzten nach dem Kai, an dem sie beilegen sollte und befanden sich in wenigen Augenblicken an Bord. »Mein Sohn«, rief Johann Kornbüt. Er konnte kein weiteres Wort hervorbringen. Die Seeleute wiesen entblößten Hauptes auf die Trauerflagge. Marie schrie verzweiflungsvoll auf und sank dem alten Kornbüt in die Arme. André Wassling hatte die Jeunardie zurückgeleitet. Ludwig Kornbüt, Marins Verlobter, war nicht mehr an Bord. Zweites Kapitel Johann Kornbüt's Plan Sobald das junge Mädchen unter der Obhut liebender Freunde die Brick verlassen hatte, teilte der Obersteuermann André Wassling Johann Kornbüt des Näheren das Ereignis mit, durch welches er des Wiedersehens mit seinem Sohn beraubt worden war und das in dem Schiffsjournal folgendermaßen verzeichnet stand. Unser Schiff, das bei schlechtem Wetter und stürmischen Südwestwinden beigelegt hatte, bemerkte am 26. April auf der Höhe des Malztholms Notsignale, die ihm von einem Schoner unter dem Winde gemacht wurden. Dieser Schoner, der seines Fockmastes beraubt war, ließ sich willenlos vom Winde auf den Strudel zutreiben. Als Kapitän Kornbüt sah, wie das Schiff einem gewissen Untergang entgegenging, beschloss er, sich an Bord zu begeben. Trotz der Vorstellungen seiner Leute ließ er die Schaluppe ins Meer setzen und stieg mit dem Matrosen Courtois und dem Untersteuermann Pierre Nouquet ein. Die Mannschaft folgte ihnen mit den Augen, bis sie im Nebel verschwanden. Die Nacht kam herein und das Meer ging immer höher. Die Jeunardie lief von denen, diesen breiten herrschenden Strömungen angezogen, Gefahr vom Malztholm verschlungen zu werden und sah sich genötigt vor dem Winde zu fliehen. Es war vergebens, dass sie mehrere Tage an dem Ort des Unheils kreuzte. Die Schaluppe der Brick sowohl wie der Schoner und Kapitän Ludwig nebst den beiden Matrosen blieben verschwunden. André Wassling versammelte nun die Mannschaft, ergriff den Oberbefehl über das Schiff und segelte nach Dünkirchen zurück. Als Johann Kornbüt diese Erzählung, die mit der trockenen Kürze eines einfachen Seherlebnisses in das Schiffsbuch eingetragen war, gelesen hatte, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. Er weinte lange und schmerzlich, und wenn irgendetwas ihm Trost geben konnte, so war es der Gedanke, dass sein Sohn das Opfer seines Edelmuts geworden war. Der Anblick des Schiffes, der ihn zuerst mit so großer Freude erfüllt hatte, verursachte dem armen Vater Schmerz, und so kehrte er in sein verödetes Haus zurück. Bald verbreitete sich die Trauerkunde in ganz Dünkirchen, und die zahlreichen Freunde des alten Seemanns fanden sich ein, um ihm ihr lebhaftes, herzlich gemeintes Beileid zu bezeugen. So dann gaben die Matrosen von der Jeunardie die genauesten Details über das Ereignis, und Marie ließ sich von André Wassling die Aufopferung ihres Bräutigams mit allen Einzelheiten erzählen. An dem folgenden Tag, als Johann Kornbüt seine Tränen getrocknet hatte, beschied der André Wassling in sein Zimmer und sprach, »Sind Sie fest überzeugt, dass mein Sohn umgekommen ist, André?« »Leider ja, Herr«, antwortete der Obersteuermann. »Und haben Sie alle nur möglichen Anstrengungen gemacht, um ihn wieder aufzufinden?« »Gewiss! Wie können Sie daran zweifeln, Herr Kornbüt? Es ist aber leider nur zu gewiss, dass er und seine beiden Matrosen vom Strudel des Malzträums verschlungen sind.« »Wollen Sie die Obersteuermannschaft bei meinem Schiff noch einmal annehmen?« »André?« »Das würde davon abhängen, wer der Kapitän ist, Herr Kornbüt.« »Das würde ich sein, André. Ich will mit möglichster Eile mein Schiff ausladen, meine Mannschaft zusammenbringen und den See stechen, um nach meinem Sohn zu suchen,« erwiderte der alte Seemann. »Ihr Sohn ist tot,« bemerkte nachdrücklich André Wassling. »Das ist möglich, André,« versetzte Johann Kornbüt lebhaft, »aber es ist auch eine Möglichkeit, dass er sich gerettet hat. Ich bin fest entschlossen, alle Häfen Norwegens zu durchsuchen, in die er getrieben werden konnte, und erst wenn ich die Gewissheit erlangt habe, dass ein Wiedersehen mit ihm auf dieser Erde nicht mehr zu hoffen ist, will ich zurückkehren, um hier zu sterben.« Als André sah, wie unumstößlich die Entscheidung des Seemanns war, drängte er nicht mehr und zog sich zurück. Johann Kornbüt ließ alsbald seine Nichte wissen, welchen Entschluss er gefasst hatte, und sah, wie ein Hoffnungsstrahl durch ihren Kummer brach. Das junge Mädchen war bis jetzt noch nicht darauf gekommen, dass der Tod ihres Bräutigams in Zweifel gezogen werden könnte, aber kaum hatte Kornbüt diesen Gedanken gegen sie ausgesprochen, als sie sich demselben rückhaltlos hingab. Der alte Seemann beschloss, dass die Génardie alsbald wieder auslaufen sollte. Die festgebaute Brigg hatte sich mit keinen Ausbesserungsarbeiten aufzuhalten, und so machte Johann Kornbüt bekannt, dass die Mannschaft ganz dieselbe bleiben solle, wenn die Matrosen nichts da wieder hätten, die Fahrt noch einmal mitzumachen. An die Stelle seines Sohnes als Kommandeur des Schiffes gedenke er selbst zu treten. Nicht ein einziger von Ludwig Kornbütz' Begleitern zog sich bei diesem Aufruf zurück, und so fanden sich lauter mutige, erprobte Matrosen wie Alain Durkitt, der Zimmermann Fidel Misson, der Bretagne Penelon als Untersteuermann und Vertreter Pierre Nouquets und außerdem Gradelin Opic Servic an Bord der Génardie ein. Johann Kornbüt schlug André Wassling noch einmal vor, seine Stelle an Bord wieder einzunehmen. Der Obersteuermann war ein geschickter, in der Führung eines Schiffes wohlerfahrener Mann, der seine Probe rühmlich bestanden hatte, indem er die Génardie sicher in den Hafen zurückgeleitete. André Wassling machte indessen, aus welchen Gründen konnte man nicht erraten, allerlei Schwierigkeiten, und er bat sich Bedenkzeit. »Nun, wie Sie wollen, André,« erwiderte ihm Kornbüt, »aber vergessen Sie nicht, dass Sie uns willkommen sind.« Johann Kornbüt hatte in dem Bretagne Penelon einen treuergebenen Mann, der lange Jahre hindurch sein Reisegefährte gewesen war. Die kleine Marie hatte so manchen Winterabend auf den Knien des Untersteuermanns gesessen, wenn er an Land gewesen war, und er hatte eine väterliche Freundschaft für sie bewahrt, während Marie mit kindlicher Liebe an ihm hing. Penelon beeilte die Ausrüstung der Brigg, so sehr es ihm möglich war, und umso mehr, als er zu glauben schien, dass André Wassling nicht die äußersten Anstrengungen gemacht habe, um die Schiffbrüchigen wieder aufzufinden. Andererseits aber war dieser, durch die Verantwortlichkeit, die auf ihm als Kapitän lag, wohl zu entschuldigen. Noch waren nicht acht Tage verflossen, da war die Jeunardie wieder in Bereitschaft, um von Neuem in See zu stechen. Anstatt mit Waren hatte man sie aufs Vollständigste mit gesalzenem Fleisch, Schiffszwieback, Mehlfässern, Kartoffeln, Schweinefleisch, Wein, Brandwein, Kaffee, Tee und Tabak verproviantiert. Die Abreise wurde auf den 22. Mai anberaumt. Am Abend zuvor begab sich André Wassling, von dem Johann Korbüt noch immer keinen definitiven Bescheid erhalten hatte, in die Wohnung des Alten. Er war noch immer unentschieden und mit sich uneins, welchen Entschluss er fassen soll. Johann Korbüt war nicht daheim, obgleich die Tür zu seinem Haus offen stand, und so drang André Wassling bis in das gemeinsame Wohnzimmer vor, an das unmittelbar Mariens Stube grenzte. Das Wohnzimmer war, wie sich André sofort überzeugte, leer, aber von nebenan ertönte eine lebhafte Unterhaltung und als er aufmerksam hinhorchte, erkannte er die Stimme des jungen Mädchens und Penelans. Ohne allen Zweifel hatte sich die Erörterung schon längere Zeit hingezogen, denn Marie schien den Bemerkungen des britannischen Seemanns eine unerschütterliche Festigkeit entgegenzusetzen. »Wie alt ist Onkel Korbüt?«, fragte Marie. »So etwa sechzig Jahre,« antwortete Penelan. »Begibt er sich nicht in große Gefahr, um seinen Sohn aufzusuchen?« »Unser Kapitän ist noch ein durch und durch kräftiger Mann,« versetzte Penelan. »Sein Körper ist fest wie Eichenholz und er hat Muskeln so hart wie eine Reservestänge. Mir ist nicht davor bange, dass er jetzt wieder in den See geht.« »Ach, mein guter Penelan, wenn man liebt, ist man stark,« erwiderte Marie. »Was mich angeht, so habe ich mein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt. Er wird uns beistehen.« »Es ist unmöglich, Marie,« rief jetzt der Angeredete. »Wer kann wissen, wohin wir auf unserer Fahrt verschlagen werden und was wir erdulden müssen? Wie oft habe ich erlebt, dass kräftige Männer ihr Leben in diesen Meeren lassen mussten?« »Penelan, ich kann nicht anders,« sagte schließlich das junge Mädchen. »Es wird geschehen, ob Sie dagegen sind oder nicht. Wenn Sie aber in dieser Beziehung gar so sehr gegen mich ankämpfen, muss ich glauben, dass Sie mich nicht mehr lieb haben.« André Wassling hatte nun begriffen, was Marie beabsichtigte. Er dachte noch einen Augenblick nach, dann war auch seine Entscheidung getroffen. Er traut dem alten Seemann, der eben jetzt nach Hause kam, entgegen und sagte, »Ich melde mich zu Ihrer Mannschaft, Jörn Kornbüt. Die Gründe, von denen ich bis jetzt zurückgehalten wurde, sind beseitigt, und so können Sie auf mich und meine Ergebenheit zählen.« »Ich habe niemals an Ihnen gezweifelt, André Wassling,« erwiderte Kornbüt, indem er die Hand des Obersteuermanns ergriff. »Marie, mein Kind,« rief er dann mit lauter Stimme. Marie sowie auch Penelan erschienen sofort. »Morgen mit Tagesanbruch werden wir mit eintretender Ebbe absegeln,« sagte der alte Mann. »Es ist dies also der letzte Abend, den wir miteinander verleben, mein liebes Kind. Ach, mein guter Onkel,« rief Marie und schmiegte sich an Johann Kornbüt. »Nun, Marie, mit Gottes Hilfe gedenke ich dir, deinen Bräutigam zurückzuführen.« »Ja, wir werden den Kapitän Ludwig wiederfinden,« fügte André Wassling zuversichtlich hinzu. »So werden Sie mit uns in See gehen,« fragte lebhaft Penelan. »Ja, Penelan, André Wassling fährt als unser Obersteuermann mit,« erwiderte statt seiner Johann Kornbüt. »So, ach so,« meinte der Britannier mit eigentümlichem Blinzeln. »Seine Ratschläge werden uns von großem Nutzen sein, hoffe ich,« fügte Kornbüt hinzu. »Er ist kühn und sehr geschickt.« »Nun, Sie selbst sind uns allen im Wissen und Können voraus, Herr Kapitän,« entgegnete Wassling. »Also, auf morgen, meine Freunde. Geht jetzt an Bord und trefft die letzten Anordnungen. Auf Wiedersehen, André. Auf Wiedersehen, Penelan.« Obersteuermann und Matrose gingen miteinander fort und Johann Kornbüt blieb mit Marie allein zurück. An diesem Abend floss noch manche Träne bitteren Schmerzes und Kornbüt, der seine Nichte so tief betrübt sah, fasste den Entschluss, das Haus am anderen Morgen früh zu verlassen, ohne ihr etwas davon zu sagen, damit sie so über den Abschied hinauskäme. Er gab ihr noch am Abend den letzten Kuss und war um drei Uhr schon wieder auf den Beinen. Zur Abfahrt der Jeunardie waren alle Freunde des alten Seemanns auf dem Hafendamm versammelt. Der Pfarrer, von dem Ludwig und Marie hatten getraut werden sollen, spendete dem Schiff seinen letzten Segen und manch rauer Händedruck wurde schweigend ausgetauscht, als Johann Kornbüt an Bord ging. Die Mannschaft war jetzt vollzählig, André Wassling gab die letzten Befehle zur Abfahrt, die Segel wurden aufgehisst und die Brick entfernte sich schnell mit einer guten Nordwestbrise, während der Pfarrer hoch aufgerichtet, unter den knienden Zuschauern stehend, Gottes Schutz auf die Seefahrer herabflähte. Wohin geht das Schiff? Es verfolgt die gefährliche Straße, auf der so viele Schiffbrüchige zugrunde gegangen sind und muss auf alle Gefahren gefasst sein, der Herr allein weiß, wo ihm sein Landungsplatz winkt. Es fährt keinem bestimmten Ziel entgegen, Möge es allen Unfällen kühn die Stirn bieten, Möge Gott es geleiten. Drittes Kapitel Ein Hoffnungsstrahl Die Jahreszeit war zu der unternommenen Expedition günstig und so durfte die Mannschaft sich der Hoffnung hingeben, die Städte des Schiffbruchs bald zu erreichen. Johann Kornbüths Plan war der natürlichste und beste. Er gedachte, bei den Pfarrerer Inseln anzulegen, wohin die Schiffbrüchigen leicht durch den Nordwind verschlagen sein konnten, und wenn er Gewissheit darüber bekam, dass sie in keinen Hafen dieser Breiten eingelaufen waren, wollte er seine Nachforschungen über die Nordsee hinaus ausdehnen und die ganze Westküste Norwegens, bis nach Boudö, dem Ort, der dem Schiffbruch am nächsten lag, und wenn nötig noch darüber hinaus durchsuchen. André Wessling war dieser Ansicht des Kapitäns entgegen. Er meinte, dass die Küsten Islands erforscht werden müssten, aber Penelan hob er vor, dass der Sturm zur Zeit der Katastrophe aus Westen gekommen wäre, wenn die Verunglückten also nicht in den Strudel des Malströms gerissen wurden, so mussten sie an die norwegische Küste geschleudert sein. So wurde beschlossen, dass man möglichst nahe an diesem Küstenstrich hinsegeln wolle, um etwaige Spuren des Wegs zu rekognoszieren. Am Morgen nach der Abfahrt hatte Johann Kornbüth das Haupt über eine Karte gebeugt, auf der er eifrig seine Fahrt studierte, als sich ihm plötzlich eine kleine Hand auf die Schulter legte und er eine sanfte Stimme vernahm, die ihm zuflüsterte, »Habe guten Mut, lieber Onkel.« Er wandte sich um und konnte vor Staunen kein Wort hervorbringen. »Marie«, stand neben ihm. »Marie, du hier an Bord«, rief er endlich. »Wenn der Vater sich einschifft, um sein Kind zu retten, darf wohl die Frau ihren Gatten aufsuchen«, antwortete sie. »Arme Marie, wie wirst du unsere Strapazen aushalten? Weißt du, dass deine Gegenwart unseren Forschungen hinderlich werden kann?« »Nein, lieber Onkel, ich bin ja stark und kräftig.« »Wer weiß, mein Kind, wohin wir verschlagen werden?« »Sieh diese Karte an. Wir nähern uns jetzt den Breiten, die selbst uns Seeleuten, die doch gegen alle Strapazen des Meeres abgehärtet sind, so gefährlich werden können.« »Und nun du, ein schwaches Mädchen.« »Lieber Onkel, habe keine Sorge um mich. Ich stamme aus einer Seemannsfamilie und bin bei Erzählungen von Stürmen und Gefahren groß geworden. Bin ich doch hier bei dir und meinem alten Freunde Penelan.« »Penelan, also er ist's gewesen, der dich an Bord geschmuggelt hat?« »Ja, Onkel, aber erst als er sah, dass ich entschlossen war, auch ohne seine Hilfe, meinen Plan auszuführen.« »Penelan«, rief Johann Kormüt. »Der Untersteuermann trat ein.« »Penelan, es wäre überflüssig jetzt, wo die Sachen soweit gediehen sind, noch weiter darüber zu sprechen. Lass dir aber so viel gesagt sein. Du hast für Mariens Leben einzustehen.« »Beruhigen Sie sich, Herr Kapitän. Die Kleine hat Kraft und Mut. Sie wird uns ein Schutzengel sein.« »Und dann, Herr Kapitän, Sie kennen meine Idee. Alles in dieser Welt muss uns zum Besten dienen.« Für Marie wurde nun eine Kajüte gewählt, welche die Matrosen binnen Kurzem komfortabel für sie herrichteten. Acht Tage später legte die Jeunardie bei den Verröhrer Inseln an, aber auch die minutiösesten Nachforschungen blieben erfolglos. Kein Schiffbrüchiger hatte sich hierher gerettet, keine Trümmer eines zerschellten Schiffes waren aufgelesen worden. Sogar die Nachricht von dem betreffenden Unfall war gänzlich unbekannt. So nahm die Brick nach zehntägiger Rast am 10. Juni ihre Reise wieder auf. Der Zustand des Meeres war gut, die Winde fest, und das Schiff wurde schnell an die norwegische Küste getrieben, an der sich jedoch alle Forschungen gleichfalls als fruchtlos erwiesen. Johann Kornbüth beschloss nun, sich nach Boudö zu begeben. Dort konnte er vielleicht den Namen des gestrandeten Schiffes, dem Ludwig Kornbüth und seine beiden Matrosen zur Hilfe gehalten waren, erfahren. Am 30. Juni warf die Brick in diesem Hafen ihre Anker aus, und auf die Nachforschungen des alten Kapitäns wurde ihm von den Behörden eine Flasche ausgeliefert, die ein in folgenden Worten abgefasstes Dokument enthielt. Heute, am 26. April, werden wir an Bord des Fröhren, nachdem die Schaluppe der Jeunardie an unserem Schiff angelegt hatte, von den Strömungen nach den Eismeeren gerissen. Gott sei uns gnädig! Die erste Bewegung Johann Kornbüth war Dank gegen Gott. Er glaubte jetzt, eine Spur von seinem Sohn gefunden zu haben. Der Fröhren war ein norwegischer Schoner, von dem man zwar keine Nachricht weiter hatte, der jedoch augenscheinlich gen Norden gerissen war. Man durfte keine Zeit verlieren, und die Jeunardie wurde alsbald instand gesetzt, um den Gefahren der Polarmeere trotzen zu können. Fidil Mison de Zimmermann untersuchte sie mit skrupellöser Sorgfalt und versicherte, dass ihr solider Bau gegen die Stöße der Eisschollen Widerstand leisten würde. Auf den Rat Penelans, der bereits auf Wallfischfang in den nördlichen Eismeeren gewesen war, wurden wollene Decken, Pelzkleider, zahlreiche Mokassins aus Robbenfell und das notwendige Holz, um Schlitten anfertigen zu können, an Bord eingeschifft. Auch vergrößerte man die Vorräte an Kohlen- und Weingeist, denn es war immerhin möglich, dass man an irgendeinem Punkt der grönländischen Küste überwintern musste. Mit vieler Mühe und großen Kosten wurde auch eine bedeutende Quantität Zitronen herbeigeschafft, die als Mittel gegen den Skorbut dienen, denn diese Krankheit pflegt in den Eisregionen die Mannschaften furchtbar zu dezimieren. Mit den Vorräten an gesalzenem Fleisch, an Zwieback und Brandwein, die in vorsorglicher Weise vermehrt worden waren, begann man, den Schiffsraum der Brig anzufüllen, denn die Kombüse reichte nicht mehr dazu aus. Auch Pemmikan, ein indisches Präparat, das viel nährende Bestandteile in kleinen Volumen konzentriert, wurde in beträchtlicher Menge an Bord gebracht. Auf die Befehle Johann Kornbütz schiffte man auch Sägen ein, um nötigenfalls die Eisfelder durchschneiden zu können, wie auch Pickel und Keile, um sie zu spalten. Die zum Ziehen an den Schlitten notwendigen Hunde sollten von der grönländischen Küste mitgenommen werden. Die ganze Mannschaft wurde zu diesen Vorbereitungen verwandt und entwickelte eine großartige Tätigkeit. Die Matrosen Upic, Servic und Graudelin folgten eifrig den Ratschlägen des Untersteuermanns Penelan, der sie veranlasste, sich jetzt noch nicht an wollende Kleider zu gewöhnen, obgleich die Temperatur unter diesen über dem Polarkreis gelegenen Breiten schon sehr niedrig war. Penelan beobachtete schweigend und ohne etwas davon merken zu lassen, die scheinbar geringfügigsten Handlungen André Wasslings. Über der Vergangenheit dieses Mannes, eines Holländers von Geburt, schwebte ein gewisses Dunkel, doch hatte er bereits zwei Fahrten an Bord der Jeunardie mitgemacht und sich hierbei als ein tüchtiger Seemann erwiesen. Penelan konnte ihm nichts vorwerfen, wenn nicht etwa, dass er sich zu sehr um Marie bemühte, aber Penelan überwachte ihn aufs Schärfste. Dank der Rührigkeit der Mannschaft konnte die Brick bereits am 16. Juli, 16 Tage nach ihrer Ankunft in Boudet, klargemacht werden. Es war jetzt die günstigste Zeit, um in den arktischen Meeren Forschungen zu unternehmen, denn da es bereits seit zwei Monaten taute, konnten die Untersuchungen bis in ziemlich weite Entfernung durchgeführt werden. Die Jeunardie steuerte also auf das an der Ostküste von Grönland unter dem 70. Breitengrad gelegene Cap Brewster zu. Viertes Kapitel Im Fahrwasser Am 23. Juli kündigte ein eigentümlicher Reflex, der sich über das Meer breitete, die ersten Eisbänke an, die aus der Davidstraße kamen und sich in den Ozean stürzten. Jetzt empfahl man, den Wachen anscharf aufzupassen, denn es war von Wichtigkeit, dass ein Zusammenstoß mit den enormen Massen vermieden wurde. Die Mannschaft teilte sich in zwei Wachen, die erste bestand aus Fidel-Misson, Gradelin und Servic, die andere aus André Wassling, Opic und Penelon. Jede Wache sollte nur zwei Stunden dauern, denn in den kalten Regionen kann man der Kraft eines Mannes nur halb so viel zumuten, als unter gewöhnlichen Verhältnissen. Obgleich die Genardie erst unter dem 63. Breitengrad war, zeigte das Thermometer schon neun Grad Celsius unter Null. Es regnete und schneite häufig, aber wenn der Himmel klar war und der Wind nicht zu heftig wehte, hielt Marie sich auf dem Verdeck auf, um die rauen Szenen des Polarmeeres gewohnt zu werden. Am 1. August ging sie plaudern mit ihrem Onkel André Wassling und Penelon auf dem Hinterteil der Brigg auf und ab. Die Genardie trat nun in ein drei Meilen breites Fahrwasser durch das ganze Züge zerbrochene Eisschollen schnell dem Süden zurollten. »Wann werden wir wohl Land sehen?« fragte das junge Mädchen. »Spätestens in drei bis vier Tagen«, antwortete Johann Kornbüt. »Ob wir dort wohl neue Spuren von meinem armen Ludwig finden werden?« »Vielleicht, mein liebes Kind. Ich fürchte jedoch sehr, dass wir von dem Ziel unserer Reise noch weit entfernt sind. Es ist leider sehr wahrscheinlich, dass der Fröhr noch weiter nach Norden gerissen wurde.« »Das ist auf jeden Fall geschehen«, meinte André Wassling, »denn jener Sturm, der uns von dem norwegischen Schiff trennte, hielt drei Tage an, und in drei Tagen legt ein Schiff große Strecken zurück, wenn es rettlos ist und dem Winde nicht widerstehen kann.« »Wollen Sie mir die Bemerkung gestatten, dass wir zu jener Zeit noch im Monat April waren?«, fiel ihr Penner ein. »Damals hatte das Tauen noch nicht begonnen, und so musste er vor Öhrn sehr bald durch das Eis aufgehalten und in tausend Stücke zerschellt sein,« fiel ihm der Obersteuermann ins Wort, da nämlich seine Mannschaft unter diesen Umständen nicht manövrieren konnte. »Die Eisflächen boten das einfachste Mittel, um bald ans Land zu kommen, von dem sie nicht fern sein konnten,« entgegnete Penner. »Wir wollen es hoffen,« unterbrach Johann Kornbütt diese Erörterung, die sich täglich zwischen dem Ober- und Untersteuermann wiederholte. »Ich glaube, wir werden binnen kurzem Land in Sicht bekommen.« »Dort ist es! Seht die Berge!«, rief Marie. »Das sind Eisberge, mein Kind,« erklärte Johann Kornbütt, »die ersten, denen wir begegnen. Sie würden uns zermalmen wie Glas, wenn wir zwischen ihre Massen gerieten.« Pennerland und Wassling haben Acht auf der Steuer. Die schwimmenden Berge, von denen etwa 50 am Horizont erschienen, näherten sich mehr und mehr der Brigg. Pennerland ergriff der Steuerruder und Johann Kornbütt, der auf die Stangen des kleinen Bramssegels gestiegen war, gab die Fahrtstraße an. Gegen Abend wurde die Brigg von den schwimmenden Klippen, deren zerschmetternde Kraft unwiderstehlich ist, ganz eingeschlossen. Es handelte sich nun darum, diese Flotte von Bergen zu durchbrechen, denn die Klugheit gebot, immer weiter zu segeln. Noch eine andere Schwierigkeit kam zu diesen Gefahren hinzu, da alle Punkte der Umgebung sich fortwährend verrückten und keine feste Perspektive boden, konnte man die Richtung des Schiffes nicht genau konstatieren. Mit dem Nebel mähte sich auch die Dunkelheit. Marie begab sich in ihre Kajüte hinab und die acht Personen der Schiffsmannschaft mussten nach Befehl des Kapitäns auf dem Verdeck bleiben. Sie hatten sich mit langen Stanken bewaffnet und an deren Ende eiserne Spitzen angebracht, um mit ihnen das Schiff vor den Stößen der Eisblöcke zu schützen. Die Genardie trat bald in ein so enges Fahrwasser, dass das äußerste Ende ihrer Rahen oft von denen mit dem Strom betreibenden Bergen gestreift wurde und dass ihre Luftbäume eingezogen werden mussten. Man war sogar genötigt, die große Rahe zu brassen, sodass sie die Wanden berührte. Glücklicherweise büßte die Brigg durch diese Maßregel nichts von ihrer Schnelligkeit ein, denn der Wind konnte nur die oberen Segel fassen und diese genügten, um sie schnell fortzutreiben. Dank dem zierlichen Bau ihres Rumpfes wandte sie sich durch diese Täler hindurch, während die Eisschollen mit unheilvollem Krachen aneinander stießen und der Regen in wilden Wirbeln herniederströmte. Johann Kornbüt stieg wieder auf das Verdeck. Sein Blick konnte die Finsternis nicht durchdringen. Es wurde nun notwendig, die oberen Segel einzuziehen, denn das Schiff drohte, mit den Eisblöcken zusammenzustoßen und wäre in diesem Fall verloren gewesen. Verdammte Reise, brummte André Wassling, der auf dem Vorderdeck neben den Matrosen stand, die mit ihren Stangen die drohendsten Stöße abwandten. »Wenn wir glücklich dieser Gefahr entrinnen, müssen wir der heiligen Jungfrau der Eisschollen eine schöne Kerze weihen«, meinte Obik. »Wer weiß, zwischen wie viel Schwimmen in Bergen wir noch hindurchzufahren haben?« fragte der Obersteuermann hinzu. »Und wer sagt uns, dass wir dahinter dann irgendetwas finden werden?« meinte der Matrose. »Sprich nicht so viel hin und her, du Schwätzer«, sagte jetzt »Achte lieber auf dein Bord. Wenn wir vorüber sind, ist noch immer Zeit genug zum Schelten. Pass auf deine Stange!« In diesem Augenblick glitt ein ungeheurer Eisblock in dem engen Fahrwasser rasch Bord an Bord mit dem Schiff und es schien fast unmöglich, ihm aus dem Weg zu gehen. Er versperrte die ganze Breite des Seegats und der Brick war die Möglichkeit zu wenden total abgeschnitten. »Kannst du das Steuer drehen?« fragte Johann Kornbüt, den Untersteuermann. »Nein, Herr Kapitän, das Schiff gehorcht nicht mehr dem Ruder.« »Hey, Jungs, fürchtet euch nicht und stemmt eure Stangen mit aller Macht gegen das Schanddeck.« Der Block hatte eine Höhe von etwa 60 Fuß, so wie er auf die Brick stürzte, musste sie zermalmt werden. Ein Augenblick unbeschreiblicher Angst folgte nun und trotz der Befehle ihres Kapitäns verließ die Mannschaft ihren Posten, um auf das Hinterdeck zu eilen. Aber als die kolossale Eismasse nur noch eine halbe Kabellänge von der Jeunardie entfernt war, hörte man ein dumpfes Geräusch, eine förmliche Wasserhose fiel zunächst auf das Vorderdeck des Schiffes nieder und dieses wurde auf dem Rücken einer ungeheuren Woge emporgehoben. Alle Matrosen schrien laut auf vor Schreck, aber als sie nach dem Vorderdeck blickten, war der Block verschwunden, das Fahrwasser frei und darüber hinaus sicherte eine weite, von den letzten Strahlen der Sonne beleuchtete Wasserfläche eine leichte Fahrt. »Alles in dieser Welt muss uns zum Besten dienen,« rief Penelan. »Ziehen wir unsere Mars- und Focksegel auf.« Es hatte sich zueben ein in diesen Breiten sehr häufiges Phänomen ereignet. Wenn sich nämlich die schwimmenden Massen während des Tauens voneinander ablösen, schwimmen sie in vollständigem Gleichgewicht. So wie sie aber in den Ozean gelangen, wo das Wasser verhältnismäßig wärmer ist, werden sie alsbald in ihrer Basis unterminiert, der untere Teil schmilzt allmählich und der Block wird durch die Stöße der übrigen Eisschollen immer mehr erschüttert. So kommt es, dass diese Massen plötzlich zusammenstürzen, sowie ihr Schwerpunkt verrückt wird. Wäre diesmal der Zusammensturz des Eisberges nur zwei Minuten später erfolgt, so hätte die Brick unter ihm begraben und von ihm zerschellt werden müssen. Fünftes Kapitel Die Brick schwamm jetzt in fast vollständig freier See, nur zeigte sich am Horizont ein weißlicher Glanz und verkündete dort unbewegliche Eisflächen. Johann Kornbüt steuerte fortwährend auf Kap Bruce dazu und kam schon in Gegenden, die außerordentlich kalt sind, da die Sonnenstrahlen durch ihren sehr schrägen Fall nur äußerst schwach wirken. Am 3. August befand sich die Brick unbeweglichen Eisschollen gegenüber, die untereinander zusammenhingen. Das Fahrwasser war oft nur eine Kabellänge breit und die Genardie musste tausend Umwege machen, durch die sie zuweilen dem Winde gerade entgegengebracht wurde. Pendelon nahm sich mit väterlicher Sorge Mariens an, er veranlasste sie trotz der Kälte täglich zwei bis drei Stunden auf dem Verdeck zuzubringen, denn körperliche Bewegung war eine für ihre Gesundheit unumgängliche Bedingung. Mariens Mut wurde übrigens nicht schwächer, sie ermunterte sogar die Matrosen, der Brick durch ihre Worte und die Verehrung der Mannschaft für sie steigerte sich mehr und mehr. André Wassling bemühte sich mehr um sie als je zuvor und nahm jede Gelegenheit wahr, um mit ihr eine Unterhaltung anzuknüpfen. Das junge Mädchen nahm jedoch seine Zuvorkommenheit mit einer gewissen unwillkürlichen Kälte auf, die vielleicht in einem ahnenden Gefühl ihren Grund hatte. Man kann sich leicht denken, dass die Zukunft weit mehr als die Gegenwart das Thema von André Wasslings Unterhaltung war und dass er kein Hehl daraus machte, wie wenig Hoffnung er für die Rettung der schiffbrüchigen Hege. Seiner Ansicht nach war ihr Untergang eine feststehende Tatsache und er ließ oftmals durchblicken, dass Marie jetzt die Sorge für ihre Existenz in die Hände eines Anderen legen dürfe. Zum großen Verdruss André Wasslings hatte jedoch Marie seine Andeutungen noch nicht verstanden, wahrscheinlich, weil diese Unterhaltungen immer nur sehr kurze Zeit werten. Penelan fand immer irgendeinen Vorwand, um sie zu unterbrechen und die Wirkung der Reden Andrés durch Worte der Hoffnung null und nichtig zu machen. Marie blieb übrigens nicht unbeschäftigt. Nach den Ratschlägen des Untersteuermanns sorgte sie für ihre Winterkleider und musste, um der Temperatur in diesen kalten Breiten entgegen gehen zu können, ihre Toilette einer totalen Umgestaltung unterwerfen. Sie machte sich eine Art Pelzbeinkleid, dessen untere Ränder mit Robbenfell versehen waren. Ihre enge Unterkleidung reichte nur bis an die Unterschenkel, um nicht mit den Schneeschichten in Berührung zu kommen, mit denen der Winter die Eisflächen bedeckte und ein eng anschließender mit Capuchon versehener Pelzmantel schützte ihren Oberkörper. Auch die Männer fertigten sich in ihrer arbeitsfreien Zeit warme Kleidungsstücke wie zum Beispiel hohe Stiefel aus Robbenfell, die ihnen gestatten sollten, ungestraft auf ihren Forschungsreisen durch tiefen Schnee zu warten. So arbeiteten sie die ganze Zeit während ihrer Fahrt durch die enge Straße. André Wassling war ein sehr geschickter Schütze und erlegte häufig Wasservögel, die in großen Massen um das Schiff schwärmten. Eine Art Eidergänse und Schneehühner lieferten der Mannschaft vorzügliches Fleisch, das als Abwechslung von dem Salzfleisch sehr willkommen war. Endlich nach tausend Umwegen bekam die Brick das Cap Rooster in Sicht. Eine Schaluppe wurde ins Meer gelassen und Johann Cornbutt und Penelon fuhren nach der Küste, die gänzlich verödet war. Alsbald steuerte die Brick auf die im Jahre 1821 von dem Kapitän Scoresby entdeckte Insel Liverpool zu und die Mannschaft konnte ein lautes Freudengeschrei nicht nicht zurückhalten, als sie die Eingeborenen auf der Küste daher eilen sahen. Es wurde sofort ein Verkehr angebahnt und da Penelon einige Worte ihrer Sprache kannte und die Eingeborenen wiederum einige landläufige Redensarten der Schiffsmannschaft verstanden, die sie wahrscheinlich von Walfischfängern gelernt hatten, war dies nicht mit gar zu großen Schwierigkeiten verknüpft. Die Grönländer waren klein und untersetzt, ihr Wuchs überschritt nicht die Größe von vier Fuß zehn Zoll. Sie hatten rötlichen Tern, ein rundes Gesicht, niedrige Stirn, glatte schwarze Haare, die auf ihren Rücken herabfielen. Und ihre Zähne waren verdorben und wie von einem Aussatz behaftet, was den ich diophagischen Völkern eigentümlich ist. Um sich von der Schiffsmannschaft Kupfer und Eisenstücke einzutauschen, worauf die armen Leute sehr begierig sind, brachten sie Bären, Pelze, Felle von Seekälbern, Seehunden, Seewölfen und all solchen Tieren herbei, die man unter dem Namen Robben begreift. Johann Kornwüt bekam diese Gegenstände, die von so großem Nutzen für ihn werden sollten, zu außerordentlich niedrigem Preis. Dann machte der Kapitän den Eingeborenen verständlich, dass er nach einem gestrandeten keine Auskunft darüber geben könnten, worauf einer von ihnen sogleich eine Art Schiff auf den Schnee zeichnete und angab, dass ein Fahrzeug dieser Art bereits seit drei Monaten in nördlicher Richtung verschlagen sei. Er fügte noch hinzu, dass das Auftauen und der Bruch der Eisfelder sie verhindert hätten, demselben nachzuforschen und es lag für jeden auf der Hand, dass sie mit ihren leichten Piroggen, die sie mit der Pagaille lenkten, auf eine solche Unternehmung nicht ausgehen konnten. Diese Nachricht, so unvollständig sie war, brachte doch Hoffnung in die Herzen der Matrosen zurück und Johann Kornbüt scheute nun keine Mühe mehr, die Leute zu weiterem Vorschreiten nach dem Polarmär hin zu bewegen. Bevor der Kapitän die Insel Liverpool verließ, kaufte er ein Gespann von sechs Eskimo Hunden, die sich bald an Bord akklimatisierten. Das Schiff lichtete am Morgen des 10. August die Anker und segelte von einer starken Brise getrieben in das Fahrwasser des Nordens. Man war jetzt an den längsten Tagen des Jahres angelangt, das heißt, unter diesen hohen Breiten erreichte die niemals untergehende Sonne den höchsten Punkt der Spiralen, die sie über dem Horizont beschrieb. Diese gänzliche Abwesenheit der Nacht war jedoch nicht so merklich, denn schon hüllten Nebel, Regen und Schnee das Schiff zu weilen in Finsternis. Johann Kornwüth war entschlossen, so weit wie möglich vorzurücken und begann seine sanitätlichen Maßregeln danach zu treffen. Das Zwischendeck wurde vollkommen verschlossen und nur jeden Morgen dafür gesorgt, die Luft durch Ventilation zu erneuern. Die Öfen wurden eingerichtet und die Rohre so angebracht, dass sie möglichst viel Wärme ausstrahlten. Man empfahl den Leuten von der Mannschaft nur ein wollendes Hemd über ihrem Baumwollhemd zu tragen und die Röcke von Fällen möglichst hermetisch zu verschließen. Übrigens durften jetzt die Feuer noch nicht angezündet werden, denn es kam darauf an, die Holz- und Kohlenvorräte für die zu erwartende große Kälte aufzubewahren. Unter die Matrosen wurde regelmäßig morgens und abends Kaffee und Tee verteilt und da es redlich war, sich von Fleisch zu nähren, machte man häufig auf die in diesen Gegenden massenhaft vorhandenen Enten und Kriegenden Jagd. Oben auf dem großen Mast richtete Johann Kornbüther ein sogenanntes Krähennest ein, nämlich eine Tonne, deren einer Boden ausgeschlagen ist und in der sich beständig eine Wache auffällt, um die Eisflächen zu beobachten. Zwei Tage nachdem unsere Nordpol Fahrer die Insel Liverpool aus dem Gesicht verloren hatten, wurde die Temperatur unter dem Einfluss des trockenen Windes plötzlich kälter und auch andere Anzeichen des Winters machten sich bemerklich. Die Genardie hatte jetzt nicht einen Augenblick Zeit zu verlieren, denn bald musste die Straße sich vollständig verschließen. So rückte sie in einem Fahrwasser vor, das von beiden Seiten von 30 Fuß dicken Eisfeldern begrenzt wurde. Am 3. September morgens langte die Genardie endlich an der Baye von Gail Hamkes an. Das Land befand sich 30 Meilen weit unter dem Wind. Das erste Mal hielt die Brick vor einer Eisbank, die ihr keine Durchfahrt bot und mindestens eine Meile breit war. So mussten also die Sägen angewandt werden, um das Eis zu durchschneiden. Penelon, Opic, Grelin und Turquit wurden mit der Leitung dieser Arbeit betraut und die Richtung der Einschnitte so gewählt, dass der Strom die von der Bank abgesonderten Schollen vortragen konnte. Die ganze Mannschaft hatte beinahe 20 Stunden mit dieser Arbeit zu tun, die mit furchtbaren Schwierigkeiten verknüpft war. Bald waren die Männer gezwungen, bis an den Leib im Wasser zu stehen und ihre Kleider von Robbenfell schützten sie nur unvollständig vor der Feuchtigkeit. Bald glitten sie auf der glatten Eisfläche aus oder konnten sich nur mit Mühe halten. Übrigens folgte in diesen kalten Breiten bald absolute Mattigkeit auf jede größere Anstrengung. Der Atem geht den Arbeitern leicht aus und auch der kräftigste muss oft innehalten. Endlich wurde die Schifffahrt wieder frei und die Brick über die Bank, von der sie so lange zurückgehalten war, hinaus boxiert. Sechstes Kapitel Das Erbeben der Eisschollen Noch während mehrerer Tage kämpfte die Jeanne-Hordie mit unübersteiglichen Hindernissen. Die Mannschaft musste häufig die Säge zur Hand nehmen und oft sogar Pulver anwenden, um die enormen Eisblöcke zu sprengen, die dem Schiff den Weg versperrten. Am 12. September zeigte das Meer nur noch eine unabsehbare solide Ebene ohne alles Fahrwasser, von der das Schiff überall umgeben war, sodass es weder vor Rücken noch zurück weichen konnte. Die Temperatur hielt sich im Durchschnitt auf 16 Grad unter Null, so war denn die Zeit der Überwinterung herangekommen und mit ihr viel Leid und Gefahr. Die Jeux-Nardy befand sich jetzt etwa unter dem 21. Grad westlicher Länge und dem 76. Grad nördlicher Breite am Eingang der Baye von Gail Hamkes. Johann Kornbüt traf seine Vorbereitungen für die Überwinterung. Er suchte zunächst einen Schlupfhafen aufzufinden, der sein Schiff vor den Windstößen und den großen Eisbrüchen schützte. Diese Deckung konnte ihm nur von dem nach seiner Berechnung etwa zehn Meilen entfernten Lande werden und er beschloss daher auf eine Rekognoszierung auszugehen. Demnach begab sich der Kapitän am 12. September in Begleitung André Wasslings Penelance und der beiden Matrosen Gordelin und Dürgit auf den Weg. Jeder von ihnen hatte sich für ungefähr zwei Tage mit Vorräten versorgt. Dass ihre Expedition sich über diese Zeit hinaus verlängern würde, war nicht wohl anzunehmen. Für die Nächte, die sie auswärts zubringen sollten, hatten sie sich mit Büffelfällen versehen, um damit ihr Lager herzustellen. Der Schnee war in großen Massen gefallen und hinderte sie, da er nicht gefroren war, außerordentlich am Vorschreiten. Oft sanken sie bis in die Hüften ein, auch konnten sie sich nur mit großer Vorsicht weiter bewegen, da unzählige Spalten im Eis Gefahr drohten. Benelon ging voran und sondierte sorgsam jede Senkung des Bodens mit einem langen eisenbeschlagenen Stock. Gegen fünf Uhr abends begann der Nebel sich zu verdichten und die kleine Schar musste für heute ein weiteres Vordringen aufgeben. Benelon suchte eine Eismauer auf, die sie vor dem Winde schützte und nachdem sich die Reisenden ein wenig restauriert hatten, wobei sie sehr ein erwärmendes Getränk vermissten, bereiteten sie ihre Büffelfelle auf den Schnee, hüllten sich hinein, näherten sich einander so dicht wie möglich und schliefen bald fest und ruhig ein. Als Johann Kornbüt und seine Gefährten am anderen Morgen erwachten, waren sie unter einer Schneeschicht von mehr als einem Fuß Höhe begraben. Glücklicherweise hatten ihre wasserdichten Fälle sie geschützt und so hatte die winterliche Decke nur dazu beigetragen, ihnen ihre eigene Wärme zu erhalten, da diese unter solchen Umständen nicht nach außen ausstrahlen konnte. Johann Kornbüt gab als bald das Zeichen zum Aufbruch und endlich gegen Mittag bemerkte er und seine Gefährten zuerst in unbestimmten Umrissen und kaum erkennbar, dann aber deutlicher und deutlicher die Küste. Am Ufer zeigten sich hohe, perpendikulär emporragende Eisblöcke und ihre vielgestaltigen Gipfel von verschiedenster Höhe führten die Wunder der Kristallisation in großem Maßstab vor Augen. Myriaden von Wasservögeln flogen auf, als die Seeleute sich näherten und die auf dem Eise ausgestreckten Robben zogen sich eilig zurück. Nun, meinte Penelan, an Pelzen und Wildbrett werden wir keinen Mangel leiden. Es scheint fast, als wären wir nicht der erste menschliche Besuch, den diese Tiere erhalten, denn sonst würden sie nicht so scheu und ängstlich sein. Bis jetzt haben nur die Grönländer diese Landstriche betreten, versetzte André Wassling. Ich sehe keine Spur von Ihnen oder von Ihrem Durchzug, bemerkte Penelan, der einen hohen Pick erklettert hatte, weder eine Lagerstätte noch auch die kleinste Hütte, aber kommen Sie doch hier herauf, Herr Kapitän, rief er dann laut. Ich bemerke von hier eine Landspitze, die uns prächtig vor dem Nordostwind schirmen wird. Hierher Jungs, sprach Johann Kornblüt, seine Begleiter folgten ihm und bald waren alle an Penelans Seite. Es war, wie Penelan gesagt hatte, eine ziemlich hohe Landspitze, sprang wie ein Vorgebirge in das Land hinein und bildete, indem es sich wieder nach der Küste herumbog, eine Hecke von etwa einer Meile an Tiefe. Einige durch diese Spitze zertrömmerte bewegliche Eisschollen schwammen in der Bucht umher und legten Zeugnis dafür ab, dass das gegen die kältesten winde geschützte Meer hier noch nicht ganz zugefroren war. Der Platz war vorzüglich geeignet für eine Überwinterung, es blieb nur noch übrig, das Schiff dorthin zu geleiten. Bald aber bemerkte Johann Kornblüt, dass die angrenzende Eisebene von ungeheurer Stärke war und dass es infolgedessen sehr schwierig sein würde, einen Kanal herzustellen, um die Brigg hierher zu bringen. Man musste sich also nach einem anderen Schlupfhafen umschauen. Aber vergebens wandte sich Johann Kornblüt mehr nach Norden, die Küste war sonst überall gerade und abschüssig, und als man über die Spitze hinaus ging, fand es sich, dass sie direkt den Stößen des Ostwindes ausgesetzt war. Dieser Umstand brachte den Kapitän wie schlecht die Lage der Örtlichkeit sei und sich hierbei auf unumstößliche Gründe stützte. Selbst Penelan wurde es schwer, bei dieser Sachlage seinem Wahlspruch treu zu bleiben, dass alles in dieser Welt zum Besten dienen müsse. Die Brigg hatte also nur noch die Möglichkeit, einen Ort zur Überwinterung auf dem südlichen Teil der Küste zu suchen. Es hieß dies so viel, als dahin zurückzukehren, woher man gekommen war, aber man durfte nicht länger zögern. So schlug denn die kleine Schar in eiligem Marsch den Rückweg nach dem Schiffe ein, denn ihre Lebensmittel begannen schon zu Ende zu gehen. Johann Kornbüt suchte eifrig auf der Straße nach einem Spalt oder irgendeinem Fahrwasser, das da gestattete, einen Kanal durch die Eisfläche zu graben, aber vergebens. Gegen Abend langten die Seeleute an der Eismauer an, in deren Schutz sie während der vorigen Nacht gelagert hatten. Es hatte heute nicht geschneit und sie konnten noch den Eindruck ihrer Körper in dem Eise erkennen. So streckten sie sich von neuem auf ihre Büffelfälle aus und gaben sich der Ruhe hin. Penelange lief aus Verdruss über die verfehlte Forschungsreise ziemlich schlecht, er wälzte sich schlummerlos aus seinem Lager hin und für's Rollen an sein Ohrklang. Er horchte auf und der Ton schien ihm so seltsam, dass er Johann Kornbüth weckte, indem er ihn mit dem Ellenbogen anstieß. Was geht vor? fragte dieser. Er hatte nach seemännischer Gewohnheit seinen Geist ebenso schnell wach gerüttelt wie sein Körper. Hören Sie, Kapitän, war die ganze Antwort des Untersteuermanns. Das Geräusch nahm mit merklicher Heftigkeit zu. Donner kann es nicht sein, äußerte Johann Kornbüth, indem er sich erhob. Das wäre unter so hohen Breiten unmöglich. Ich glaube eher, dass wir es mit einer Bande Eisbären zu tun bekommen, gab Penelon seine Meinung ab. Teufel, wir haben doch bis jetzt noch keine bemerkt. Früher oder später werden wir uns wohl auf ihren Besuch gefasst machen müssen. Jedenfalls wollen wir sie gut aufnehmen. Penelon bewaffnete sich mit einer Flinte und überstieg sehr geschickt den Block, der ihnen als Schutzmauer diente. Da indessen die Dunkelheit außerordentlich groß und das Wetter bedeckt war, konnte er nichts wahrnehmen. Eine neue Beobachtung ließ ihn als bald erkennen, dass er die Ursache des Rollens nicht in der Umgebung zu suchen habe. Jenes Geräusch war jetzt so heftig geworden, dass auch die anderen Gefährten davon erwacht waren und man bemerkte mit Schrecken, dass es unter ihren Füßen hervordrang. Eine neue furchtbare Gefahr tat sich vor ihnen auf, denn dem rollenden Lärm gesellte sich bald eine deutlich wahrnehmbare wellenförmige Bewegung des Eisfeldes zu, sodass mehrere Matrosen das Gleichgewicht verloren und fielen. Achtung, rief Penelon. Holla, antworteten die Matrosen. Tyrkid, Gratlau, wo seid ihr? Hier, schrie Tyrkid und schüttelte den Schnee von sich ab. Hier, Herr Wassling, rief Johann Kornbüt, dem Obersteuermann zu. Ist Gratlau da? Ja, Kapitän, aber wir sind verloren, antwortete dieser. Im Gegenteil, wir sind vielleicht gerettet, rief Penelon. Er hatte kaum diese Worte vollendet, als ein furchtbares Krachen sich vernehmen ließ, die Eisfläche barst mitten durch Leute waren genötigt, sich an den Block zu klammern, der neben ihnen hin und her schwankte. Trotz der Behauptung des Untersteuermanns befanden sie sich in äußerster Gefahr, die Eisschollen waren in ihren Grundfesten erschüttert, sie hatten, um den seemännischen Ausdruck dafür zu gebrauchen, die Anker gelichtet. Die schwankende Bewegung dauerte beinahe zwei Minuten und die Unglücklichen fürchteten jeden Augenblick, dass sich ein Spalt unter ihnen auftäte und sie verschlänge. So erwarteten sie in großer Angst den Anbruch des Tages, denn bis dahin konnten sie bei Lebensgefahr nicht wagen, einen Schritt zu tun und mussten ausgestreckt liegen bleiben, um ihren Untergang zu vermeiden. Beim ersten Tagesleuchten bot ihnen die Gegend ein völlig verändertes Bild. Sie hatten am Abend vorher nur eine ungeheure ebene Fläche gesehen, soweit ihr zerrissen und die durch irgendwelche unterseesche Bewegung aufgewühlten Fluten hatten sie zerschmettert und zerbrochen. Johann Kornbüt dachte mit tiefer Bewegung an seine Brick. Mein armes Schiff, es ist jedenfalls verloren, rief er aus. Die tiefste Verzweiflung malte sich auf den Zügen seiner Begleiter, zog ja der Untergang des Schiffes unvermeidlich ihren Tod nach sich. Mut, Freunde, rief Penelan, denkt daran, dass uns durch das Ereignis dieser Nacht vielleicht ein Weg durch die Eisflächen gebahnt ist, auf dem wir die Brick in die Überwinterung beiführen können. Seht dorthin, ich habe mich nicht geirrt, schon jetzt ist uns die Genardie um mindestens eine Meile näher gerückt. Alle stürzten nach der bezeichneten Richtung zu, und zwar so unvorsichtig, dass Türkid in einen Spalt geriet und unfehlbar seinen Untergang gefunden haben würde, hätte ihn nicht Johann Kornbüth noch zur rechten Zeit an den Kleidern ergriffen und hervorgezogen. So kam er für dieses Mal mit einem kalten Bade davon. Die Brick schwamm wirklich zwei Meilen näher vor dem Winde und als die kleine Schar nach endlosen Mühen bei ihr anlangte, fand man sie zwar in gut im Stande, aber ihr Steuerruder war von den Eisschollen zerbrochen und hatte versäumt, es emporzuheben. Siebtes Kapitel Vorkehrungen für die Überwinterung Penelon hatte wieder einmal Recht gehabt, alles in dieser Welt muss uns zum Besten dienen und die Eiserschütterung hatte dem Schiff eine Fahrstraße bis zur Beige schaffen. Die Seeleute brauchten nur noch die Strömung geschickt zu benutzen, um die Eisschollen so zu steuern, dass sie sich ihren Weg selber bahnten. Am 19. September warf die Brigg endlich zwei Kabellängen vom Lande ab, in ihrer Überwinterungsbucht die Anker aus und schon am folgenden Tag hatte sich bis dicht an ihren Rumpf Eis gelegt, das bald stark genug wurde, Nach dem Brauch der arktischen Seefahrer wurde einem Tackelwerk keine Veränderung vorgenommen, die Segellagen sorgsam zusammengewickelt und von ihren Futeralen umhüllt auf den Rahn und das Krähennest ließ man bestehen, um von dort aus das Land beobachten und betreffenden Falls leichter bemerkt werden zu können. Jetzt schon hob sich die Sonne kaum über den Horizont. Seit der Juni-Sonnenwende hatten sich die von ihr mehr und mehr gesenkt und bald mussten sie ganz verschwinden. Die Mannschaft beeilte sich, ihre Vorkehrungen zu treffen und Penelon spielte hierbei die Rolle des erfahrenen Anordners. Bald war die Eisfläche um das Schiff so stark geworden, dass ihr Druck gefährlich zu werden drohte, aber Penelon wartete noch, denn seiner Meinung nach musste sie erst 20 Fuß an Dicke erlangen, ehe er weiter operieren konnte. Dann erst ließ er das Eis schräg kantig um den Schiffsrumpf aushauen, so dass es sich unter demselben wieder schloss und seine Gestalt annahm. Die Brick war nun in ein Bett eingekeilt und hatte den Druck der Eismassen nicht mehr zu fürchten, denn diese konnten keine Bewegung mehr gegen das Schiff machen. Nun errichteten die Seeleute längst der Barkhölzer und bis zur Höhe der Verschanzungen eine Schneemauer von es bald hart wurde wie ein Felsen, durch diese Hülle konnte die innere Wärme nicht nach außen strahlen. Ein hermetisch verschlossenes und mit Fällen bedecktes Leinwandzelt wurde über die ganze Länge des Verdecks gespannt und bildete für die Mannschaft gewissermaßen einen Spazierplatz. Auch erbaute man auf dem Lande von Schnee ein Magazin, in das alle Gegenstände aus dem Schiff geschafft wurden, die man vorläufig nicht gebrauchte und die unnötig den Raum fortnahmen. Diese Zwischenwände der Kajüten verschwanden und es entstand je auf dem Vorder- und Hinterdeck ein geräumiges Zimmer, das erstens weit leichter zu erheizen war als die verschiedenen kleinen Räume, weil Eis und Feuchtigkeit nicht in so viel verschiedene Winkel und Ecken eindringen konnte, auch ließ sich die Ventilation besser bewerkstelligen, indem Luftschläuche, die nach außen gingen, emporgezogen wurden. Bei diesen verschiedenen Vorbereitungen wurde eine außerordentliche Rührigkeit entfaltet, sodass sie am 25. September vollkommen beendet waren. André Wassling hatte sich nicht am wenigsten geschickt hierbei gezeigt, ganz besonders entfaltete er großen Eifer, wenn es sich um Bequemlichkeiten für das junge Mädchen handelte und wenn Marie, die ganz in dem Gedanken an ihren Armen Ludwig lebte, hier von nichts bemerkte, so sah Johann Kornbüt bald umso klarer in der Sache. Der Kapitän fühlte sich hierdurch veranlasst, den Gegenstand mit Penelan zu besprechen, auch erinnerte er sich jetzt an verschiedene Umstände, die über die Absichten des Obersteuermanns keinen Zweifel ließen. André Wassling liebte Marie und gedachte Johann Kornbüt um ihre Hand zu bitten, sobald der Tod des Schiffs brüchtigen als ein hübsches, liebenswürdiges Mädchen, die einzige Erben ihres reichen Onkels heimzuführen. Oft nun fehlte es dem Obersteuermann in seiner Ungeduld, das Ziel seiner Wünsche zu erreichen, an dem notwendigen Takt. Er hatte zu verschiedenen Malen erklärt, dass die zur Auffindung der verunglückten unternommenen Nachforschungen gänzlich unnötig seien und oft entschlüpfte ihm ein Wort, das diese seiner Ansicht in noch helleres Licht stellte und natürlich von Penelan in genügender Weise hervorgehoben und registriert wurde. André Wassling verfehlte wiederum nicht, den Untersteuermann mit seinem aufrichtigen Hass zu beehren, welches Gefühl Penelan in vollem Maße erwiderte. Er fürchtete nur, dass es André Wassling gelingen könnte, Uneinigkeit in die Mannschaft zu bringen und veranlasste deshalb Johann Kornbild, dem Obersteuermann in gewissen Fällen ausweichend zu antworten. Als die Einrichtungen zur Überwindung beendet waren, traf der Kapitän allerlei Anordnungen für die Gesundheit seiner Mannschaft. Die Leute mussten an jedem Morgen eine gründliche Lüftung in ihrem Logis vornehmen und die Wände von Tannenholz sorgfältig abtrocknen, um sie von der Feuchtigkeit, die sich während der Nacht angesetzt hatte, zu reinigen. Sie erhielten morgens und abends Kaffee oder heißen Tee, was ja anerkanntermaßen eines der besten Mittel gegen die Kälte ist. Auch wurden sie in Abteilungen gesondert, von denen täglich eine auszog, um frisches Fleisch zur gewöhnlichen Schiffskost herbeizuschaffen. Außerdem war den Matrosen anbefohlen, sich regelmäßig körperliche Bewegung zu machen und sich nicht regungslos der kalten Luft auszusetzen. Es hätte sonst leicht kommen können, dass ihnen plötzlich Körperteile erfroren. Wenn je ein solcher Fall eintreten sollte, waren sie angewiesen, sofort Reibungen mit Schnee vorzunehmen, die allein sich hilfreich erwiesen. Penelan drang lebhaft darauf, dass sich die Leute allmorgendlich kalten Abwaschungen unterzogen, was allerdings einen gewissen moralischen Mut erforderte. Es wollte manchem schwer einleuchten, dass er seinen äußeren Menschen in Schnee tauchen sollte, den er doch innerlich mit aller Mühe zum Tauen gebracht hatte. Aber Penelan ging tapfer mit gutem Beispiel voran und Marie war nicht die am mindesten Eifrige bei der Befolgung seiner Anordnungen. Johann Kornbüt vergaß auch nicht, fromme Lektüre und Gebet in den Tageslauf mit zu verflechten, denn nur hierdurch konnte der Verzweiflung und Sorge in den Herzen der Leute der Eingang versperrt und somit der größten Gefahr in diesen Breiten vorgebeugt werden. Der stets düstere Himmel erregte natürlich eine gedrückte Stimmung und ein dichter von heftigen Winden gepeitschter Schnee vermehrte noch die gewohnten Schauer der Umgebung. Die Sonne sollte bald ganz verschwinden, aber die armen Seefahrer hofften, dass der Mond sie ihn wenigstens in geringem Maße während der langen Polarnacht ersetzen würde, wenn die Wolken sich ihrem Haupt verzogen hätten. Bei den jetzt herrschenden Westwinden fiel fortwährend Schnee, sodass die Zugänge zum Schiff täglich neu gekehrt und die Stufen, auf denen man in die Ebene hinabstieg, wieder gangbar gemacht werden mussten. Mit den Schneemassen konnte dies leicht geschehen, denn nachdem die Stufen einmal ausgehauen waren, brauchte man nur ein wenig Wasser oben drauf zu gießen und sie verhärteten sich sofort. Penelon ließ in geringer Entfernung von dem Schiff ein Loch in das Eishacken und täglich durchbrach man die Kruste, die sich an seiner oberen Wasser aus der Tiefe herauf zu holen, wo es bedeutend wärmer war als auf der Oberfläche. All diese Vorkehrungen dauerten etwa drei Wochen und nachdem sie beendet waren, fasste man den Entschluss, die Nachforschungen weiter zu verfolgen. Das Schiff war auf sechs bis sieben Monate eingekerkert und erst durch das nächste Tauen konnte ihm eine Bahn durch die Eisflächen eröffnet werden. Die Zeit dieser gezwungenen Unbeweglichkeit sollte zu Nachforschungen in nördlicher Richtung benutzt werden. Achtes Kapitel Pläne zu Forschungsreisen Am 9. Oktober hielt Johann Kornbüth einen Rat ab, um den Plan für seine Operationen zu entwerfen und ließ alle seine Leute hieran teilnehmen, damit der Eifer eines Jeden durch die Solidarität der Interessen gehoben würde. Der Kapitän suchte ihnen mit der Karte in der Hand die gegenwärtige Situation klar zu machen. Die Ostküste Grönlands zieht sich in senkrechter Richtung gen Norden und die Entdeckung der Seefahrer haben ihre Grenze genau bestimmt. In diesem Raum von 500 französischen Meilen der Grönland von Spitzbergen trennt, war noch kein Land rekognosziert worden. Nur ein einziges Stück Land, die Insel Shannon, befand sich etwa 100 Meilen weit im Norden dabei von Geil Hamkins, in welcher die Jeanne Ardie überwintern sollte. Wenn also das norwegische Schiff, wie die Wahrscheinlichkeit lehrte, in dieser Richtung fortgerissen war, so durfte man annehmen, dass es die Insel Shannon nicht hatte erreichen können und die Schiffbrüchigen hier eine Zuflucht für den Winter gesucht hatten. Trotz der Opposition Andre Vasslings drang diese Ansicht durch und es wurde beschlossen, als Ziel für die erste Forschungsreise die Insel Shannon anzunehmen. Die Vorbereitungen wurden sofort getroffen. Man hatte sich auf der norwegischen Küste einen nach Eskimo Art gefertigten Schlitten verschafft, der aus und über Schnee und Eis hinweg leiten konnte. Er maß zwölf Fuß an Länge vier Fuß in der Breite und konnte im Notfall Vorräte für mehrere Wochen bergen. Fidil Misson setzte ihn alsbald in Stand und arbeitete im Schneemagazin daran, denn dorthin waren seine Werkzeuge geschafft worden. Man stellte einen Ofen, der zur Kohlenheizung eingerichtet war, in diesem Raum auf, denn ohne Erwärmung wäre jede Arbeit darin unmöglich gewesen und das Ofenrohr wurde durch eine der Seitenwände geleitet, wozu ein Loch in Schnee gebohrt werden musste. Allerdings zeigte sich bei dieser Vorkehrung sehr bald der Übelstand, dass der Schnee in unmittelbarer Nähe des Ofenrohrs schmolz und so eine Öffnung entstand. Aber Johann Kornblüt wusste ihn bald dadurch zu entfernen, dass verhinderte, so doch sehr abschwächte. Während Mison am Schlitten arbeitete, richtete Penelan mit Marins Hilfe Reservekleider für die Reise her. Stiefel aus Robbenfell waren glücklicherweise in großer Zahl vorhanden. Johann Kornblüt und André Wassling trugen für die Vorräte Sorge. Sie wählten ein kleines Fass Spiritus, mit dem man ein transportables Kochöfchen zu heizt gedachte, Tee und Kaffee Quantität mitgenommen und eine Kiste mit Schiffs Zwieback, 200 Pfund Pemmikan und einige Flaschen Brandwein vervollständigten den Proviant. Die Jagd sollte den Reisenden Tag für Tag frische Vorräte liefern, zu welchem Beruf eine Quantität Pulver, die in mehrere Säcke verteilt war, mitgenommen wurde. Der Kompass, der Sextant und das Fernrohr wurden gleichfalls sorgfältig verpackt, den Am 11. Oktober erschien die Sonne nicht wieder am Horizont und in den Wohnräumen der Mannschaft mussten unausgesetzt die Lampen brennen. Es war höchste Zeit, die Entdeckungsreise anzutreten, denn schon im Monat Januar wäre sie unmöglich gewesen, weil dann die Kälte so groß war, dass man ohne Lebensgefahr den Fuß nicht vor die Tür setzen durfte. Gelang es bis dahin nicht, die Verunglückten zu erspähen, so musste alle Hoffnung auf ihre Rettung schwinden. Die Mannschaft der Jeunardie sah voraus, dass sie mindestens zwei Monate lang zu strengem Casernement verurteilt sein würde, und wenn dann das Eis wieder zu tauen begann, waren vollends alle Nachforschungen vergeblich, denn wenn Ludwig Kornbüt und seine Gefährten jetzt noch lebten, so konnten sie doch der Strenge eines arktischen Winters ohne weitere Hilfe unmöglich standhalten. André Wassling wusste das besser als alle anderen und war fest entschlossen, der Expedition alle nur denkbaren Hindernisse in den Weg zu legen. Am 20. Oktober hatte man alle Vorbereitungen beendet und es handelte sich nur noch darum, wer von der Mannschaft an dem Marsch teilnehmen sollte. Marie konnte der Obhut ihres Onkels oder Pénelans nicht entbehren und doch waren gerade diese beiden bei der Expedition unumgänglich notwendig. So kam man zu der Frage, ob nicht das junge Mädchen die Strapazen der Reise mitmachen könne, hatte sie ja bis jetzt alle Prüfungen mutig und ohne sehr darunter zu leiden überwunden. Als Tochter eines Seemannes war sie ohne dies an die Gefahren des Meeres gewöhnt und schrag nicht vor den Schauern einer solchen Reise zurück. Auch Pénelans glaubte, dass Marie, so wie die Dinge standen, am besten täte, sich der Reise anzuschließen. Endlich war es entschieden, sie sollte die Expedition begleiten. Für den Notfall reservierte man ihr einen Platz im Schlitten, auf dem eine gut verschlossene hölzerne Hütte angebracht war. Was das junge Mädchen anbetraf, so fügte sie sich dieser Bestimmung mit Freuden, denn so brauchte sie sich doch nicht von ihren Beschützern zu trennen. An der Expedition beteiligten sich Marie, Johann Kornbuth, Penelan, André Wassling, Opic und Fidel Misson. Alain Turquit aber wurde mit der Überwachung der Brig betraut und ihm hierzu Servic und Gradlin zum Beistand gegeben. Johann Kornbuth nahm bedeutende Proviantvorräte mit, denn er hatte die Absicht an seinem Wege Depots anzulegen, um die Reise so weit wie möglich ausdehnen zu können. Sobald der Schlitten fertig war, wurde er beladen und mit einem Zelt von Büffelfellen bedeckt. Das ganze Fahrzeug hatte jetzt ein Gewicht von etwa 700 Pfund und ließ sich von 5 Pfunden leicht auf dem Eise fortschaffen. Am 22. Am 22. Oktober fand, wie der Kapitän vorausgesehen hatte, eine plötzliche Veränderung in der Temperatur statt. Der Himmel klärte sich auf, die Sterne strahlten in köstlichem Glanz und der Mond leuchtete am Firmament, um 14 Tage lang nicht wieder zu verschwinden. Das Thermometer war auf 25 Grad unter Null gefallen. Der Aufbruch war auf den folgenden Tag festgesetzt. Neuntes Kapitel Das Schneehaus Am 23. Oktober um 11 Uhr morgens setzte sich bei schönem Mondschein die Karawane in Bewegung und alle Vorsichtsmaßregeln waren dahin getroffen, dass sich die Reise, wenn es sein musste, auf lange Zeit ausdehnen konnte. Johann Kornblütke dachte, der Küste in nördlicher Richtung zu folgen. Die Schritte der Reisenden ließen keine Spur auf ihren Wegen zurück und Johann Kornblüt musste sich mittels in der Ferne gewählter Merkzeichen orientieren. Bald schritt er auf einen in Picks auslaufenden Hügel zu, bald auf eine ungeheure Eisscholle, die der Druck emporgerichtet hatte. Bei dem ersten Halt, den die kleine Schar nach etwa 15 Meilen machte, traf Penelon die Vorbereitungen zu einem Lagerplatz, in dem er das Zelt an einen Eisblock lehnte. Marie litt nicht sehr unter der Kälte, denn da die Brise sich glücklicherweise gelegt hatte, war die Temperatur weit milder geworden, aber mehrmals hatte sie den Schlitten verlassen müssen und war nebenher geschritten, um zu verhindern, dass die Zirkulation des Blutes in Stockung geriet. Übrigens Wood ihre kleine Hütte, die Penelon aufs sorgfältigste hergerichtet hatte, so viel Bequemlichkeit wie unter solchen Umständen nur irgend möglich. Als die Nacht oder vielmehr der Augenblick der Ruhe herankam, wurde das Schlittenhäuschen unter das Zelt gebracht und diente dem jungen Mädchen zum Schlafzimmer. Die Abendmahlzeit der Gesellschaft bestand aus frischem Fleisch, Pemmikan und heißem Tee. Auch ließ Johann Kornbüt um der furchtbaren Skorbutkrankheit entgegenzuwirken, an jeden Mann einige Tropfen Zitronensaft verteilen. Nach achtstündigem Schlummer nahmen die Reisenden ihren Weg wieder auf, jedoch nicht bevor sich Menschen und Hunde durch ein substanzielles Mahl gestärkt hatten. Die Tiere zogen den Schlitten mit solcher Leichtigkeit auf dem spiegelglatten Eise fort, dass die Seeleute ihnen kaum folgen konnten. Leider zeigte sich bei mehreren der Leute ein Übel, das von dem Reflex des Mondscheins auf die unermesslichen weißen Flächen herrührte und das wir mit dem Namen Blendung bezeichnen dürfen. Es zeigte sich in einem unerträglichen Brennen und Schmerzen, ganz besonders litten Opik und der Zimmermann Mison darunter, bei denen förmliche auf Thalmin auftraten. Auch bemerkte man eine sehr eigentümliche Wirkung der Strahlenbrechung, wenn man nämlich den Fuß auf eine Erhöhung zu setzen meinte, glitt er tiefer hinab, wodurch mancher Fall verursacht wurde. Zum Glück jedoch verletzte sich niemand ernstlich und so boten diese kleinen Unfälle Penelan nur Stoff zu heiteren Scherzen. Trotzdem jedoch befahl er den Leuten keinen Schritt zu tun, ohne vorher den Boden mit dem eisenbeschlagenen Stabe, den jeder mit sich trug, zu untersuchen. Am 11. November, also zehn Tage nach dem Aufbruch von der Jeunardie, war die Karawane etwa 50 Meilen nach Norden vorgeschritten und die Ermüdung schon bei sämtlichen Reisenden außerordentlich groß. Johann Kornbüt empfand schreckliche Blendungen und sein Gesicht hatte sich infolge dieser Qualen sehr geschwächt. Obik und Fidel Misson gingen nur noch tastend weiter und ihre Augen schienen von dem weißen Reflex wie versenkt. Nur Marie war bis jetzt von diesem Leiden verschont geblieben, da sie möglichst viel in ihrer Hütte blieb und Penelan wurde von seinem wirklich heldenmäßigen Mut aufrechterhalten, er leistete Widerstand gegen die furchtbarste Ermüdung. Wer sich jedoch von der ganzen Reisegesellschaft am besten befand und Kälte, Schmerzen und Blendung nicht zu fühlen schien, war André Wassling. Seine eiserne Konstitution bot allen diesen Strapazen trotz. Er nahm mit Freuden wahr, wie auch über die stärksten Entmutigung kam und sah bereits den Augenblick herannahen, in dem der Rückweg angetreten werden musste. Am 1. November endlich war die Erschöpfung so groß geworden, dass eine mehrtägige Ruhe unumgänglich notwendig erschien. Sobald man einen Lagerplatz erwählt hatte, wurde über die Einrichtung desselben beraten und der Entschluss gefasst, ein Schneehaus zu bauen, das sich an eins der Vorgebirge lehnen sollte. Fidel Misson steckte sofort die Entfernungen des Fundaments 15 Fuß Länge und 5 Fuß Breite ab und er, Penelon und Obik schnitten große Eisblöcke, die an den bezeichneten Ort gebracht und aufgerichtet wurden. Da das Material in Menge vorhanden war, brauchte nicht damit gegeizt zu werden und bald erhob sich die Rückseite in einer Höhe von 5 Fuß und eben derselben Breite. Nach ungefähr 8 Stunden waren sämtliche vier Mauern vollendet und an der Südseite befand sich eine Türöffnung, Hangen war, die als Plafond über das ganze Gebäude hinweg ging. Es handelte sich jetzt nur noch darum, das Dach des ephemeren Baues zu bilden und auch dies war nach dreistündiger angestrengter Arbeit geschehen. Jeder zog sich erschöpft in das Schneehaus zurück. Johann Kornbüt war so leidend, dass er keinen Schritt tun konnte und André Wassling wusste sich die Entmutigung und den Schmerz dass er ihm das Versprechen abrang, er wolle seine Forschungen in diesen schauerlichen Einöden nicht weiter fortsetzen. Penelon befand sich in einer verzweifelten Stimmung. Er fand es empörend und feige, das Suchen nach den Gefährten schon jetzt auf nichtige Mutmaßungen hin aufzugeben, aber seine Vorstellungen blieben erfolglos. So war denn die Rückkehr beschlossen. Der ganzen Schar tat jedoch Ruhe Unterholung nach den namenlosen Anstrengungen der letzten Tage so nötig, dass man vorläufig noch nicht daran dachte, Vorbereitungen zur Rückreise zu machen. Am vierten Tage endlich war Johann Kornbüth so weit hergestellt, dass er einen Platz an der Küste bestimmen konnte, wo die jetzt für die Reise überflüssig gewordenen Lebensmittel vergraben werden sollten. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Forschungen der Mannschaft sich noch einmal nach dieser Richtung erstreckten, wurde die Stelle durch ein leicht kenntliches Merkmal bezeichnet. An jedem Marschtage hatte der Kapitän ähnliche Depots auf seinem Weg hinterlassen, denn dies sicherte ihm Lebensmittel für die Rückkehr, ohne dass sie auf dem Schlitten weiter befördert werden brauchten. Die Abreise wurde auf dem 5. November um 10 Uhr morgens festgesetzt und eine tiefe Traurigkeit hatte sich der ganzen Schar bemächtigt. Als Marie sah, wie entmutigt und verzweiflungsvoll ihr Onkel war, konnte sie ihre Träne nicht zurückhalten. Wie furchtbare vergebliche Leiden, wie unendlich viel verlorene Arbeit. Was Penelor anbetraf, so war er in einer ganz abscheulichen Laune. Er fluchte und schallte auf alle Welt und versäumte keine Gelegenheit, seinen Gefährten ihre Schwäche und Feigheit vorzuhalten. Er stellte ihnen Marie als Vorbild hin, sie wäre bis ans Ende der Welt gegangen, ohne eine Klage laut werden zu lassen. Andre Wassling verhehlte seine Freude darüber, dass die Rückkehr schon jetzt stattfinden sollte, durchaus nicht. Er bemühte sich mehr wie je um das junge Mädchen und suchte sie sogar mit der Hoffnung zu trösten, dass man die Nachforschungen, wenn der Winter vergangen, wieder aufnehmen könnte, obgleich ihm sehr wohl bewusst war, dass dann alles zu spät sei. Zehntes Kapitel Lebendig begraben Als die Reisegesellschaft am Abend vor der Rückkehr damit beschäftigt war, das Abendessen vorzubereiten und Penelan eben einige Kisten als Feuerungsmaterial zusammenhieb, um sie in den Ofen zu stecken, füllte sich das Schneehaus plötzlich mit dichtem Rauch und ein furchtbares Erdbeben erschütterte das Gebäude und seine Bewohner. Aber überall herrschte tiefe Dunkelheit und nur ein entsetzlicher Sturm toste. Dabei fiel der Schnee hernieder und die Kälte war so groß, dass der Untersteuermann fühlte, wie ihm schnell beide Hände erfroren. Nachdem er sie tüchtig mit Schnee gerieben hatte, trat er eilig wieder in die Hütte. Ein fürchterlicher Sturm rief er, gebe der Himmel, dass unser Haus standhält, sonst sind wir verloren. Zu derselben Zeit, wo die Winzbraut über das Land wegfegte, entstand auch ein donnerndes Geräusch unter dem eisestarren Boden. Die an der Spitze des Vorgebirges zerbrochenen Eisschollen stießen krachend zusammen und stürzten übereinander. Der Wind wehte so gewaltig, dass es schien, als würde das ganze Haus von der Stelle gerückt und ein unter diesen breiten unerklärliches phosphorisierendes Leuchten durchzuckte die schneegefüllte Luft. Marie, Marie, rief Penelan und hielt das junge Mädchen an beiden Händen. Es steht schlimm um uns, bemerkte Fidel Misson. Gott allein weiß, ob wir davon kommen werden, versetzte Obik. Jedenfalls müssen wir dieses Schneehaus verlassen, rief André Wassling. Das ist unmöglich, es friert zu furchtbar, entgegnete Penelan. Hier im Haus werden wir der Kälte vielleicht standhalten können. Gib mir das Thermometer, sagte André Wassling. Obik reichte ihm das Instrument. Es zeigte trotz des Feuers in der Hütte zehn Grad unter Null. Der Obersteuermann hob die Leinwand vor der Türöffnung empor und streckte die Hand mit dem Thermometer hinaus, aber ehe er noch eine Beobachtung konstatieren konnte, wehte ihm der Wind einen solchen Hagel von scharfen Eisstücken entgegen, dass das Instrument seiner Hand entglitt und niederfiel. Nun, Herr Wassling, fragte Pendelant, wollen Sie noch hinausgehen? Sie sehen wohl, dass hier im Hause der beste Zufluchtsort für uns ist. Ja, und wir müssen alle nur denkbaren Anstrengungen machen, um das Gebäude innerlich zu stützen, fügte Johann Kornbüt hinzu. Der Wind zerbricht das Eis unter uns, wie er die Eisschollen am Vorgebirge zerbrochen hat, und wir werden entweder fortgerissen oder versenkt. Das scheint mir unmöglich, entgegnete Pendelant, denn die Kälte ist so stark, dass alles Flüssige sofort gefriert. Lasst uns sehen, wie viel Grad Kälte wir haben. Er hob die Leinwand ein wenig, sodass er den Arm durchstecken konnte, und es gelang ihm nach einiger Mühe, das Thermometer im Schnee zu finden. Als er das Instrument der Lampe näherte, sah er, dass es 32 Grad unter Null wies, die stärkste Kälte, die man bis jetzt gehabt hatte. Noch zehn Grad und das Quecksilber würde gefrieren, fügte André Wassling hinzu. Ein düsteres Schweigen folgte dieser Betrachtung. Gegen Acht Uhr morgens versuchte Penelon nochmals auszugehen, um sich ein Urteil über die Situation zu verschaffen. Übrigens musste auch dem Rauch, den der Wind immer wieder in die Hütte zurücktrieb, ein Ausweg gebahnt werden. Der Seemann hüllte sich deshalb so eng wie möglich in seine Kleider ein, befestigte den Capuchon seines Mantels mit dem Taschentuch auf dem Kopf und hob die Zeltleinwand empor. Die Öffnung war vollständig durch Schnee versperrt. Penelon nahm nun seinen eisenbeschlagenen Stab und versuchte, die kompakte Masse zu durchbohren und fortzubringen, aber sein Blut erstarrte vor Schreck, als er wahrnahm, dass auch das äußerste Ende des langen Stockes nicht durchdrang, sondern auf einen harten Körper stieß. »Kornbüt, wir sind unter dem Schnee begraben,« rief er entsetzt dem Kapitän zu. »Was sagst du?« fragte dieser erschreckt. »Der Schnee liegt über und um uns, er ist gefroren und so sind wir lebendig begraben. »Wir wollen versuchen, die Schneemassen zurückzustoßen,« schlug der Kapitän vor. Die beiden Freunde stemmten sich mit aller Macht gegen die weiße Mauer vor der Türöffnung, aber sie wieg nicht um eine Linie. Der Schnee war zu einer Eismasse von mehr als fünf Fuß dicke geworden und mit dem Hause vollständig in eins verschmolzen. Johann Kornbüt konnte einen Schrei des Entsetzens nicht unterdrücken, sodass Misson und André Wassling dadurch geweckt wurden und erschreckt aufsprangen. Ein Fluch drang zwischen den Zähnen des Obersteuermanns hervor und seine Züge verzerrten sich wild, als er erfuhr, was sich zugetragen hatte. In diesem Augenblick war der Rauch im Innern des Häuschens so arg wie nie zuvor, er schien keinen Ausweg finden zu können. Verdammt, rief Misson, das Ofenrohr ist durch den Schnee verstopft. Benelau nahm abermals seinen Stab zur Hand und legte den Ofen auseinander, nachdem er die Feuerbrände durch Schnee gelöscht hatte. Durch diese letztere Operation wurde jedoch ein so furchtbarer Rauch hervorgebracht, dass man kaum den Schimmer der Lampe erkennen konnte. Benelau suchte, so dann mit seinem Stock die Stelle freizumachen, an der die Mündung des Ofenrohrs auslief, aber umsonst überall stieß er auf Felsen von Eis. Die Armen hatten nur noch ein grässliches Ende zu erwarten, dem ein fürchterlicher Todeskampf vorausgehen musste. Der Rauch drang den Unglücklichen in die Kehle und verursachte ihnen einen so heftigen Schmerz, dass sie kaum mehr Luft schöpfen konnten. Auch Marie erhob sich nun und ihre Gegenwart, die Johann Kornbüt zur Verzweiflung brachte, gab Pennelau neuen Mut. Der Untersteuermann sagte sich, dass dies arme Kind nicht zu einem so schauerlichen Tode bestimmt sein konnte. »Warum habt ihr so starkes Feuer gemacht?« begann das junge Mädchen. »Das Zimmer ist ganz dunkel von Rauch.« »Ja, ja, antwortete zögernd der Untersteuermann. »Man merkt es sogleich,« fuhr Marie fort, »es ist hier so warm wie seit langer Zeit nicht.« Niemand konnte sich entschließen, ihr die furchtbare Wahrheit mitzuteilen. Bitte Marie, hilf uns das Frühstück bereiten,« hob plötzlich Penelar. »Zum ausgehen wird es heute wohl zu kalt sein, aber hier ist der Kochofen, Spiritus und Kaffee. Jeder, ihr anderen, gebt einmal etwas Pemikan her, da uns nun doch das abscheuliche Wetter von der Jagd zurückhält.« Diese Worte brachten wieder etwas Leben in seine Gefährten. »Zuerst wollen wir gemeinsam essen,« fügte Penelar hinzu, »dann ist noch immer Zeit, um zu überlegen, wie wir hier fortkommen.« Der Untersteuermann ging mit gutem Beispiel voran, er verzehrte seine Portion, auch seine Gefährten ahmten ihm nach, indem sie eine Tasse heißen Kaffees tranken, der sie wieder mit neuem Mut beseelte. So dann bestimmte Johann Kornbüth sehr energisch, dass sofort Mittel zur Rettung versucht werden sollten. »Wenn der Sturm noch fortdauert, wie das sehr wahrscheinlich ist, müssen wir mindestens zehn Fuß unter dem Schnee vergraben sein, reflektierte jetzt André Wassling. Man hört ihr nicht das leiseste Geräusch. Penelar sah mit einem unbeschreiblichen Blick auf Marien. Sie hatte sofort ihre Lage begriffen, aber kein Beben, keine Furcht war in ihren lieblichen Zügen zu bemerken. Der Untersteuermann ließ nun zunächst die Spitze seines eisenbeschlagenen Stockes an der Spiritusflamme rotglühend werden und steckte sie nacheinander in alle vier Wände, ohne jedoch irgendwo einen Ausweg zu finden. Johann Kornbüth schlug nun vor, dass ein Weg von der Türöffnung ausgegraben werden sollte. Aber das Eis war so hart, dass die Schneidewerkzeuge nur schwer eindringen konnten. Die herausgeschlagenen Stücke verengten bald sehr unangenehm den inneren Raum und doch war nach dreistündiger harter Arbeit der ausgehöhlte Gang noch nicht drei Fuß lang. Es musste folglich auf ein rascheres Mittel gesonnen werden, durch welches das Haus weniger erschüttert wurde, denn je weiter man vordrang, desto härter zeigte sich das Eis und man musste die größten Anstrengungen machen, um es zu durchbrechen. Penelan kam auf den Gedanken, das Eis in der erwähnten Richtung mit der Spiritusflamme zu schmelzen. Es war dies, da sie nur eine kleine Quantität Spiritus mitgenommen hatten, sehr gefährlich, denn wenn ihre Einkerkerung sich verlängern sollte, musste ihnen der Spiritus ausgehen und sie konnten sich keine warmen Mahlzeiten und Getränke mehr bereiten. Aber trotzdem erhielt dieser Plan allseitige Zustimmung und wurde alsbald in Ausführung gebracht. Man grub zuerst ein Loch von drei Fuß Tiefe mit einem Fuß im Durchmesser, um das Wasser von dem Schmelzen des Eises darin zu sammeln und man brauchte sich diese Vorsichtsmaßregel nicht geräuen zu lassen, denn das Wasser begann sehr bald unter der Einwirkung des Feuers herabzusickern. Die Öffnung wurde allmählich größer, aber lange durfte die Arbeit nicht fortgesetzt werden, denn das Wasser durchdrang die Kleider der Leute und schon nach einer Viertelstunde musste Penelan die Flamme zurückziehen, um sich selber zu trocknen. Mison nahm nun seine Stelle ein und bewies nicht weniger Mut, sodass der Gang nach Ablauf von zwei Stunden fünf Fuß Tiefe hatte. Trotzdem konnte der Eisenstab noch immer keinen Ausweg finden. Es kann unmöglich so stark geschneit haben, sagte Johann Kornwüt. Jedenfalls sind die Massen durch den Orkan zusammengetrieben, wäre es nicht geraten, den Durchbruch an einer anderen Stelle zu versuchen. Ich weiß nicht, antwortete Penelan, ich denke, wir fahren in der eingeschlagenen Weise fort, wäre es auch nur, um unsere Gefährten nicht zu entmutigen. Früher oder später müssen wir auf einen Ausgang treffen. Wird uns der Spiritus nicht ausgehen, fragte Johann Kornwüt. Ich hoffe nein, erwiderte der Untersteuermann, freilich nur unter der Bedingung, dass wir auf Kaffee und heiße Getränke verzichten. Übrigens beunruhigt mich dieser Umstand nicht am meisten. Was noch sonst, Penelon? Das Ölen unserer Lampe ist bald zu Ende, sie wird demnächst erlöschen und auch unsere Lebensmittel reichen nicht mehr weit. Es bleibt uns kein anderer Trost als wir sind in Gottes Hand. Hierauf wandte sich Penelon wieder nach der Türöffnung, um die Stelle André Wasslings einzunehmen, der gleichfalls energisch an der gemeinsamen Befreiung mitarbeitete. Ich will sie jetzt ablösen, Herr Wassling, sagte er, aber achten Sie unterdessen genau auf jede drohende Senkung, damit wir zeitig Vorkehrungen dagegen treffen. Die Zeit der Ruhe war gekommen und als Penelon den Gang noch um einen Fuß verlängert hatte, hörte auch er mit der Arbeit auf und streckte sich neben seine Gefährten nieder. Elftes Kapitel Eine Rauchwolke Als die Seeleute anderen Morgens erwachten, war alles um sie her dunkel, die Lampe war ausgegangen. Johann Kornbüt weckte nun Penelon und bat ihn um Feuer, worauf dieser sich schnell erhob, um den Ofen anzuzünden, dabei aber heftig gegen die Decke stieß. Er erschrak furchtbar, denn noch am Abend zuvor hatte er aufrecht stehen können. Als das Feuer im Ofen brannte, sah der Untersteuermann beim unbestimmten Schimmer der Spiritus Flamme, dass die Decke um einen Fuß tiefer gesunken war. Penelon machte sich mit Überanstrengung seiner Kräfte von Neuem an die Arbeit, Marie hatte den Untersteuermann beobachtet, und als sie jetzt den Ausdruck tiefer Verzweiflung und angespanntester Willenskraft aus seinen rauen Zügen las, kam sie auf ihn zu, ergriff seine beiden Hände und drückte sie zärtlich. Penelon fühlte, wie ihn der Mut wieder belebte. Gott wird sie so nicht sterben lassen, rief es in ihm. Er kroch in die enge Öffnung, stieß mit kräftiger Hand den Eisenstab hinein und fühlte keinen Widerstand. War er bis an die weichen Schneeschichten gelangt? Er zog sein Stock zurück und ein Lichtstrahl drang in das Eishaus. Hilfe, Hilfe, Freunde, rief er, und mit Händen und Füßen stieß er den Schnee zurück, aber die äußere Hülle war nicht aufgetaut, wie er geglaubt hatte. Mit dem Lichtstrahl kam eine heftige Kälte ins Zimmer und ließ alle feuchten Teile sofort starr und steif frieren. Er vergrößerte nun mit seinem Messer die Öffnung und konnte endlich wieder frische Luft atmen. Er sank auf seine Knie, um Gott für die Rettung aus dieser Gefahr zu danken und Prächtiger Mondschein erhellte rings um die Gegend, aber es war so kalt, dass die Seeleute die Temperatur nicht ertragen konnten und als bald wieder in das Haus zurückkehrten. Penelan jedoch blickte sich vorher um und suchte vergebens das Vorgebirge. Die Hütte befand sich inmitten einer unermesslichen Eisebene. Er wollte nun seine Schritte nach dem Schlitten mit den Proviant vorräten einzutreten, doch teilte er den Begleitern noch nichts von seinen Beobachtungen mit. Jeder beschäftigte sich nun damit, die Kleider an der Spiritusflamme zu trocknen. Als man das Thermometer einige Augenblicke der Luft ausgesetzt hatte, zeigte es 30 Grad unter Null. Nach einer Stunde beschlossen André Wassling und Penelan der Kälte zu trotzen und sich hinaus zu begeben. Sie hüllten sich so fest wie möglich in ihre feuchten Kleider ein und traten durch den Gang, dessen Wände bereits wieder felsenfest gefroren waren, ins Freie. »Wir sind in nordöstlicher Richtung fortgerissen, begann André Wassling und suchte sich nach den Sternen, die in außerordentlichem Glanze leuchteten, zu orientieren. »Darann wäre nichts Schlimmes, erwiderte Penelan, wenn uns nur der Schlitten begleitet hätte. »Wie, der Schlitten ist nicht mehr da«, rief André Wassling, »dann sind wir unrettbar verloren.« »Lassen Sie uns suchen«, schlug Penelan vor. Beide gingen um die Hütte herum, die einen Eisblock von mindestens 15 Fuß Höhe bildete. Während der Dauer des Sturmes war eine ungeheure Menge Schnee gefallen und der Wind hatte ihn an der einzigen erhöhten Stelle der Ebene zusammengeweht. Das und die Gefangenen hatten das Los ihres gleitenden Kerkers geteilt. Der von einer anderen Eisscholle getragene Schlitten musste wohl in anderer Richtung fortgeweht sein, denn man bemerkte keine Spur von ihm. Die Hunde waren jedenfalls dem furchtbaren Wetter erlegen. André Wassling und Penelan fühlten wie Verzweiflung sich ihrer bemächtigte. Sie wagten nicht wieder in das Schneehaus zurück zu kehren, aus Furcht den Begleitern diese verhängnisvolle Botschaft überbringen zu müssen. Beide erkletterten, Ausschau zu halten, den Eisblock, der die Hütte enthielt, aber sie bemerkten nichts als nach allen Seiten hin und endlich weiße Stricken. Die Kälte hatte ihre Glieder bereits wieder gelähmt und die Feuchtigkeit in ihren Gliedern waren eisige Zacken verwandelt, die um sie herum hingen. Eben als Penelan von dem Hügel herabsteigen wollte, warfe ein Blick auf André Wassling und sah, wie dieser starr nach einem bestimmten Fleck ausschaute, zusammenfuhr und erbleichte. Was ist Ihnen, Herr Wassling? fragte er. Oh nichts, antwortete dieser, wir wollen jetzt hinabsteigen und so schnell wie möglich aus diesen breiten fliehen, die wir nie betreten hätten, wenn man meinem Rat gefolgt wäre. Aber statt zu tun, wie der Obersteuermann vorschlug, stieg Penelan noch einmal und höher wie zuvor hinauf, um genau nach dem Ort auszuspähen, der die Aufmerksamkeit des Obersteuermanns in so auffallender Weise erregt hatte. Und gleich darauf brachte dieser Ausblick bei ihm eine total andere Wirkung hervor als bei seinem Gefährten. Er schrie laut auf vor Freude und rief Gott sei gedankt und gepriesen. In nordöstlicher Richtung stieg ein leichter Rauch auf. Dort mussten also menschliche Wesen leben und atmen. Auf den Freudenruf Penelans waren auch die anderen Seeleute herbeigeheilt und alle überzeugten sich, dass die Behauptung des Untersteuermanns richtig war. Ohne noch des Mangels an Lebensmitteln zu gedenken oder sich durch die strenge Kälte zurückhalten zu lassen, rückte nun die ganze Gesellschaft fest in ihrem Mäntel gehüllt nach Nordosten vor. Ihr Ziel war etwa fünf bis sechs Meilen entfernt und die Schwierigkeiten es zu erreichen erwiesen sich als sehr bedeutend. Der Rauch erhob sich nicht mehr in die Lüfte und keine Bodenerhebung konnte den Wandernden als Merkzeichen dienen, denn die Eisfläche bildete eine vollständige Ebene. Es kam darauf an, nicht von der geraden Linie abzuweichen. Nach entfernten Gegenständen können wir uns nicht richten, begann Johann Kormbüt. So müssen wir andere Hilfsmittel suchen. Penelan geht voran, Wasling folgt ihm auf etwa zwanzig Schritte und ich gehe wieder ebenso weit hinter diesem her. Auf diese Weise werden wir beurteilen können, ob Penelan Der Marsch hatte so eine halbe Stunde gewehrt, da stand Penelan plötzlich horchend still. Die Seeleute umringten ihn. Habt ihr nichts gehört? fragte er. Nein, nicht das Geringste. Sonderbar, meinte Penelan. Es kam mir vor, als ob ich von dieser Seite her Geschrei vernehme. Geschrei? fiel das junge Mädchen ein. Danach wären wir unserem Ziel ganz nahe. Wir haben noch keinen Grund, das anzunehmen, entgegnete André Wassling. In diesen hohen Breiten und bei so strenger Kälte trägt der Schall außerordentlich weit. Nun, wie dem auch sein mag, meinte Johann Kornblüt, lasst uns weitergehen, denn sonst erfrieren wir. Nicht doch, rief Penelan, hört doch. Einige schwache, kaum vernehmliche Laute wurden hörbar. Es klang herüber wie Angst und Schmerzensrufe. Zweimal wiederholte sich der Ton, man hätte glauben können, es riefe jemand um Hilfe, dann wieder tiefe Schweigen ringsumher. Ich habe mich nicht geirrt, weiter, sprach Penelan, und er begann in der Richtung, aus der die Rufe kamen, vorwärts zu laufen. Als er ungefähr zwei Meilen zurückgelegt hatte, fand er zu seinem größten Erstaunen einen Mann auf dem Eise liegen, und als Penelan sich näherte, rang er verzweiflungsvoll die Hände. André Wassling war ihm mit den anderen Matrosen auf dem Fuß gefolgt, er eilte jetzt gleichfalls herbei und rief, es ist einer der Schiffbrüchigen, unser Matrose Courtois. Er ist tot, erfroren, klagte Penelan. Auch Johann Kornbüt und Marie traten jetzt zu der Leiche, die schon starr vor Frost war. Auf allen Gesichtern malte sich ein Setzen. Der Tote war ein Begleiter Ludwig Kornbütz gewesen. Vorwärts, rief Penelan, und wieder waren sie ohne ein Wort zu sprechen eine halbe Stunde gelaufen, als sie eine Bodenerhebung bemerkten, die unbedingt Land sein musste. Das ist die Insel Shannon, sprach Johann Kornbüt. Etwa eine Meile weiter bemerkten sie deutlich Rauch, der aus einer mit hölzernen Türe verschlossenen Schneehütte hervorkam. Sie riefen, um sich bemerklich zu machen, und sofort stürzten einige Männer aus der Hütte ihnen entgegen, in einem derselben erkannte Penelan Pierre Noquet. Pierre? rief er. Doch sein ehemaliger Kamerad stand wie stumpfsinnig und als ob er nichts von allem, was um ihn her vorging, bemerkte. André Wassling aber konnte ein teuflisches Lachen nicht verbergen. Er sah unter den Bewohnern der Hütte, die nach und nach hervorgekommen waren, nicht Ludwig Kornbüt. Pierre, ich bin's, dein Freund Penelan, rief dieser. Der Matrose kam jetzt zu sich und fiel seinem alten Kameraden fast ohnmächtig vor Freude um den Hals. Mein Sohn, mein Ludwig, schrie jammernd in tiefster Verzweiflung der arme alte Kapitän. Zwölftes Kapitel Rückkehr nach dem Schiffe In diesem Augenblick öffnete ein zum Tode kranker und abgezehrter Mann die Tür des Häuschens und schleppte sich mühsam auf dem Eise weiter. Es war Ludwig Kornbüth. Mein Sohn, mein Geliebter, diese beiden Rufe ertönten zu gleicher Zeit, dann sank Ludwig Kornbüth besinnungslos vor Aufregung und Freude seinem Vater in die Arme. Man sehe ich euch noch einmal wieder, bevor ich sterbe. Du wirst nicht sterben, sprach Benelan, deine Freunde sind gekommen, um dich zu retten. André Wassling musste einen grimmigen Hass gegen den jungen Kapitän hegen. Er konnte sich nicht entschließen, ihm die Hand zu reichen. Pierre Nauquet wusste sich vor Freude nicht zu lassen. Er umarmte einen nach dem anderen und dann warf er so viel Holz in den Ofen, dass bald eine behagliche Temperatur in der Hütte herrschte. Hier befanden sich noch zwei Menschen, die weder Johann Kornbüt noch Benelan bekannt waren, nämlich Jocki und Henning, die beiden einzigen norwegischen Matrosen von der Mannschaft des Fröern, die noch übrig geblieben waren. Meine Freunde, mein Vater Marie, wir sind also gerettet, sagte Ludwig Kornbüt tief bewegt. Wie vielen Gefahren habt ihr euch unsretwegen ausgesetzt? Wir bereuen es nicht, mein lieber Sohn, sprach Johann Kornbüt. Deine Brick, die Genardie, liegt solid im Eise, sechzig Meilen von hier vor Anker, und wir alle wollen uns dorthin begeben. Wie wird sich Courtois freuen, wenn er wiederkommt, begann nach einer kleinen Pause Pierre Noquet. Auf diese Worte folgte ein trübes dann teilte Penelon den Freunden mit, wie er den armen Matrosen gefunden hatte. Ich glaube, dass wir am besten tun, hier so lange zu warten, bis die Kälte abnimmt, vorausgesetzt nämlich, dass ihr mit Lebensmitteln und Holz versehen seid, schlug Penelon vor. Darum keine Sorge, außer unseren Vorräten können wir auch noch verbrennen, was vom Fröhren übrig ist. Der Fröhren war vierzig Meilen von der Stelle, wo Ludwig Kornbüt seinen Überwinterungsplatz eingerichtet hatte, von den Eisschollen, die beim Tauen in Bewegung gerieten, zertrümmert und die armen Seeleute wurden mit einem Teil der Schiffs Überreste, aus denen sie später ihre Hütte erbauten, auf das südliche Ufer der Insel Schennen getrieben. Der Schiffbrüchigen waren damals Fünferne Zahl, nämlich Ludwig Kornbüt, Cortrois, Pierre Noquet, Jocky und Herming. Die übrige Mannschaft des Norwegers war bei dem Schiffbruch untergegangen. Sobald Ludwig Kornbüt sah, dass die Eisfelder, auf die er geschleudert war, sich wieder um ihn her schlossen, traf er alle Vorkehrungen, um den Winter in diesen Breiten der furchtbarsten Kälte zubringen zu können. Er war ein sehr energischer und außerordentlich mutiger Mann, aber trotz seines festen Charakters und seiner kräftigen Konstitution hatte er dem entsetzlichen Klima fast erliegen müssen und sah einem nahen Tode entgegen, als sein Vater ihn wieder fand. Er musste übrigens nicht nur gegen die Elemente, sondern auch gegen die Böswilligkeit der norwegischen Matrosen ankämpfen, obgleich Letzter ihm doch ihr Leben verdanken. Sie waren so wild und unkultiviert, dass auch die natürlichsten Gefühle bei ihnen keine Stätte fanden. So wie daher Ludwig Kornbüt Gelegenheit fand, unter vier Augen mit Penelan zu sprechen, warnte ihn vor den beiden Norwegern und riet ihm ein wachsames Auge auf sie zu haben. Penelan dagegen teilte Ludwig mit, welch zweideutiges Benehmen sich Wassling seit Kornbüts Verschwinden hatte zur Schulden kommen lassen und wies auf seine Bemühungen um Mariens Hand hin. Der junge Kapitän setzte jedoch großes Vertrauen auf den Obersteuermann und wollte diesen Anklagen keinen Glauben schenken. Der ganze nun folgende Tag wurde der Ruhe und der Freude des Wiedersehens gewidmet. Fidel Misson und Pierre Noquet erlegten in nächster Nähe des Hauses, von dem sie sich nicht weit entfernen wollten, einige Seevögel und bald hatte Marie ein so schönes kräftiges Gericht davon bereitet, dass in die Adern neue Kraft strömten. Auch das kräftig geschürte Feuer trug viel dazu bei, eine merkliche Besserung im Zustand der Kranken herbeizuführen. Kurz es war dies der erste Freudentag, der den Armen zuteil wurde, und sie feierten ihn mit voller Hingebung in dieser elenden Hütte, die 600 Meilen weit im nördlichen Eismeer lag und während draußen eine Kälte von 30 Grad herrschte. Diese Temperatur Neumond an, sodass die Gesellschaft erst am 17. November, also acht Tage nach ihrer Vereinigung mit Ludwig Kornbütt und seinen Gefährten aufbrechen konnte. Sie vermochten sich jetzt nur nach den Sternen zu orientieren, der Frost war weniger scharf und es schneite sogar. Bevor die Seeleute ihre Rückreise antraten, erfüllten sie noch die traurige Pflicht, ihren armen Kameraden Gortroat zu beerdigen und war dies für alle eine erschütternde Zeremonie. An jeder sagte sich, dass er, wenn auch der Erste, nicht der Einzige sein würde, der die Heimat nicht wiedersehe. Der Zimmermann Misson hatte aus den Brettern der Hütte eine Art Schlitten zusammengestellt, der ihnen zum Transport der Vorräte dienen sollte und von den Matrosen abwechselnd gezogen wurde. Johann Kornbütt lenkte den Marsch auf den bereits zurückgelegten Wegen und wenn die Ruhezeit kam, wurde das Lager mit großer Schnelligkeit organisiert. Der alte Seemann hoffte zuversichtlich, dass er seine Proviantdepots wieder antreffen würde, denn diese waren bei einem Zuwachs der Gesellschaft von vier Personen unumgänglich nötig geworden. Wirklich zeigte sich ihnen das Glück günstig genug, um sie wieder in Besitz ihres Schlittens zu bringen, auf dem sich noch Lebensmittel in reicher Menge befanden. Die Hunde hatten zur Stillung ihres Hungers die Riemen gefressen und sich dann an die Vorräte auf dem Schlitten gemacht, die sie bis jetzt zurückgehalten. Die Truppe nahm nun ihren Weg nach der Überwinterungsbei wieder auf, die Hunde wurden vor den Schlitten gespannt und so kam die Expedition ohne weiteren Unfall an ihr Ziel. Zum geheimen Schrecken Ludwig Kornbütz und Penelons schien es jedoch als sei ein Keim der Zwietracht in die kleine Gesellschaft gefallen. Opik, André Vassling und die beiden Norweger hielten sich fast immer allein, wurden jedoch ohne ihr Wissen genau beobachtet und überwacht. Endlich am 7. Dezember, 20 Tage nach ihrer Wiedervereinigung, bemerkten sie die Bay, in der die Jeunardie überwinterte, wie groß war aber ihr erstaunen, als sie fanden, dass die Brick vier Meter hoch in der Luft auf Eisblöcken schwebte. In lebhafter Sorge um die zurückgebliebenen eilten sie herzu und wurden von Cervic, Turquit und Gradelin mit lautem Freudengeschrei empfangen. Sie alle befanden sich bei guter Gesundheit, hatten jedoch gleichfalls schwere Gefahren bestanden. Der furchtbare Sturm musste das ganze Polarmeer durchwütet und aufgewühlt haben, die Eisschollen waren zertrümmert, verschoben und, indem sie untereinander glitten, hatten sie das Eisbett, in dem die Jeunardie ruhte, erfasst, da nun ihr spezifisches Gewicht, sie über die Oberfläche des Wassers hinaustrieb, hatten sie eine unberechenbare Gewalt erlangt und so fand man die Brick plötzlich so hoch über das Meer hinausgehoben. Mit welcher Freude begrüßten die Rückkehrenden das Schiff, die Kameraden und die in gutem Zustand befindliche Einrichtung auf der Brick. Sie konnten jetzt einem wenn noch rauen, so doch erträglichen Winter entgegensehen. Durch die Erhöhung hatte das Schiff nicht gelitten, es war vollkommen fest und solide und brauchte nur, wenn die Jahreszeit des Tauens gekommen war, auf einer geneigten Ebene ins Wasser hinabzugleiten. Aber eine böse Nachricht trübte die sonst so frohe Stunde des Wiedersehens und erfüllte Johann Korndütt und seine Gefährten mit Schrecken. Der furchtbare Orkan hatte das Schneemagazin gänzlich zerschmettert und die darin enthaltenen Lebensmittel nach allen Seiten verstreut und mit fortgerissen, sodass auch nicht der kleinste Teil davon gerettet worden war. Sobald Johann Korndütt diese schlimme Kunde erfuhr, durchforschte er mit Hilfe seines Sohnes die Kombüse der Brigg, um sich zu vergewissern, wie viel Vorräte noch vorhanden und wie sie einzuteilen seien. Das Tauen konnte Man hatte jetzt also noch fünf Wintermonate inmitten der Eisfelder zu bringen und während dieser Zeit 14 Personen zu ernähren. Nach genau angestellter Berechnung kam der alte Seemann zu dem Resultat, dass er allerhöchstens mit dem Proviant bis zum Augenblick der Abfahrt reichen konnte und dies auch nur, wenn die Mannschaft von jetzt an auf halbe Ration gesetzt wurde. Die Jagd musste also zu Aus Furcht, dass ein ähnliches Unglück sich wiederholen könnte, beschloss man keine Vorräte wieder am Lande zu deponieren und alles blieb an Bord der Brick. Für die neuen Ankümmlinge wurden Betten in dem gemeinsamen Matrosenlogis aufgeschlagen, die zurückgebliebenen Seeleute hatten die Zeit der Abwesenheit ihrer Gefährten dazu benutzt, um eine Treppe ins Eis zu hauen, auf der man bequem bis zum Schiffsverdeck hinaufgelangen konnte. 13. Kapitel Die beiden Nebenbuhler André Wassling hatte mit den beiden norwegischen Matrosen Freundschaft geschlossen und auch Ubik nahm an ihrem Bunde teil, hielt sich mit ihnen von der übrigen Mannschaft entfernt und tadelte, wie sie laut allen neuerdings getroffenen Maßregeln, aber Ludwig Kornbütter von seinem Vater wieder den Oberbefehl über die Brücke halten hatte und der somit Herr an Bord war, verstand in diesem Punkt keinen Scherz. Er sprach sich trotz Mariens Bitten glimpflich mit den Leuten zu verfahren sehr entschieden dahinaus, dass er in jeder Beziehung den strengsten Gehorsam verlange. Nichtsdestowen gelang es zwei Tage später den Norwegern sich einer Kiste mit gesalzenem Fleisch zu bemächtigen und als Ludwig Kornbütter die sofortige Rückgabe derselben verlangte, machte Ubik gemeinschaftliche Sache mit den Kerlen und Andri Wassling gab sogar zu verstehen, dass die eingeführte Ernährungsweise nicht länger fortdauern dürfe. Kornbüt suchte den Unglücklichen nun zu beweisen, dass die getroffenen Maßregeln nur das gemeinsame Interesse im Auge hatten. Aber das war vergebens. Die Leute hatten das gar wohl gewusst und nur einen Vorwand zur Auflehnung gesucht. Die beiden Norweger nun zogen ihre Messer, aber Penelan ließ sich dadurch nicht zurückschrecken, ging auf sie los und entriss ihnen mit Missons und Türketts Hilfe die Fleischkiste, ohne dass André Wassling und Opik, da sie sahen, dass die Geschichte übel ablief, sich hineinmischten. Dennoch nahm Ludwig Kornbüt den Obersteuermann beiseite und sagte, André Wassling, Sie sind ein Schuft. Ich kenne Ihr ganzes Verhalten und weiß sehr wohl, was ich von Ihnen zu erwarten habe. Da auf mir jedoch die ganze Verantwortung für das Wohl der Mannschaft liegt, so erkläre ich Ihnen hiermit, dass ich jeden mit eigener Hand erdeuteln werde, der es wagt, gegen mich und meine Anordnungen zu konspirieren. Marie hatte sich bis jetzt noch nie von den Gefahren des Eismeeres gefürchtet, aber dieser Hass, von dem sie sich sagen musste, dass er ihretwegen entbrannt war, machte sie erbeben. Ludwig Kornbüt konnte sie kaum wieder beruhigen. Trotz der Kriegserklärung wurden die Mahlzeiten zur bestimmten Stunde und wie ehemals gemeinsam eingenommen. Durch die Jagd hatte man in der ersten Zeit noch einige Schneehühner und weiße Hasen erhalten, aber bald sollte auch diese Hilfsquelle noch versiegen, denn die Kälte wurde unerträglich. Sie setzte am 22. Dezember mit Sonnenwende ein und das Thermometer zeigte an diesem Tage 35 Grad unter Null. Die Seeleute bekamen Schmerzen in den Ohren, der Nase und allen Extremitäten und wurden von so tödlicher Starrheit und so heftigen Kopfschmerzen ergriffen, dass das Atmen ihnen schwerer wurde. In diesem Zustand hatten die Leute nicht mehr den Mut auf Jagd auszugehen oder sich andere Bewegung im Freien zu machen. Sie kauerten sich um den Ofen, der nur sehr ungenügende Wärme ausstrahlte und fühlten, wie sie sich von ihm entfernten, ihr Blut aufs Neue ersterren. Johann Kornbitt fühlte sich am meisten angegriffen. Er konnte seine Wohnung nicht verlassen und alle Symptome des Skorbut traten bei ihm auf, seine Beine bedeckten sich mit weißlichen Flecken. Marie war wohl auf und sehr tätig, sie pflegte die Kranken so geschickt und liebevoll wie eine barmherzige Schwester und erntete dafür Dank und Verehrung von allen Seiten. Der 1. Januar wurde den Nordpol Fahrern zu einem der trübsten Tage. Das Wetter war unerträglich kalt und sehr stürmisch, man konnte nicht ausgehen, ohne sich dem Erfrieren auszusetzen und nur die Mutigsten wagten auf dem Verdeck, das von dem Zelt geschützt wurde, spazieren zu gehen. Johann Kornbüt, Servik und Gradlin durften nicht daran denken, ihr Bett zu verlassen. Die beiden Norweger, Upik und André Wassling, befanden sich frisch und gesund, sie blickten zuweilen wild und schadenfroh auf ihre Gefährten, die so elend dahinsichten. Ludwig Kornbüt führte Penelan auf das Verdeck und fragte ihn, wie es mit dem Feuerungsmaterial stände. Die Kohlen sind schon lange aufgebraucht, antwortete dieser, wir verbrennen jetzt unsere letzten Holzstücke. Wenn es uns nicht gelingt, diese Kälte zu bekämpfen, sind wir verloren, äußerte Kornbüt. Es bleibt uns nur noch ein Mittel übrig, bemerkte Penelan, wir müssen alles nur entbehrliche Holzwerk von den Verschanzungen bis zur Wassertracht herab auf unserer Brick verbrennen. Im Fall der größten Not können wir sie sogar gänzlich zerstören und ein kleineres Fahrzeug konstruieren. Dies wäre ein nur im äußersten Falle anwendbares Mittel, entgegnete Ludwig Kornbüt, zu dem man nur schreiten könne, wenn unsere Leute wieder gesund werden, leider aber nehmen unsere Kräfte sichtlich ab, während die Partei unserer Feinde sich zu stärken scheint. Es ist das ziemlich auffallend, Ich habe ganz dieselbe Bemerkung gemacht, gab Penelon zu. Ich glaube, wenn wir nicht so vorsichtig Tag und Nacht warten, könnten wir in große Gefahr kommen. Nehmen wir jetzt Beile zur Hand, um Holzernte zu halten, sagte Ludwig Kornbüt und trotz trotz der Kälte und erstiegen die beiden Männer die Verschanzungen des Vorderdecks und hieben alles Holz herunter, das nicht von unentbehrlichem Nutzen für das Schiff war. Dann kamen sie mit Brennmaterial beladen wieder zurück, der Ofen erhielt neue Nahrung und ein Mann musste als Wache bei ihm zurückbleiben, damit das Feuer nicht ausging. Ludwig Kornbüt und seine Freunde waren halbtot vor Erschöpfung, denn da sie ihren Feinden nicht die geringste Arbeit anvertrauen konnten, lag die ganze Last der häuslichen Sorgen allein auf ihnen. Binnen kurzem kam auch die Skorbut-Krankheit bei dem alten Kapitän Kornbüt zum Vorschein, und er lädt unbeschreiblich davon. Servic und Gradlin spürten gleichfalls Anzeichen des schrecklichen Übels, und ohne den reichlichen Vorrat an Zitronensaft wären die Armen jedenfalls schnell ihren Leiden erlegen, so aber brauchte man mit diesem wirksamen Mittel nicht zu sparen. Eines Tages jedoch, es war am 15. Januar, als Ludwig Kornbüt in die Kornbüse hinabstieg, um neue Zitronen zu holen, erstarrte er fast vor Schrecken. Die Zitronenfässer waren verschwunden. Er ging wieder hinauf, um Penelan das Unglück mitzuteilen, und beide wussten für das Rätsel nur eine Lösung. Es war ein Diebstahl begangen worden. Über die Täter befanden sie sich keinen Augenblick in Zweifel. Jetzt begriff Ludwig, wie es kam, dass die Feinde so gesund geblieben waren, aber er stand nicht mehr in seiner Macht, ihnen die Zitronen zu entreißen, obgleich sein und seiner Gefährten Leben von ihrem Besitz abhing. Zum ersten Mal verfiel er in düstere Verzweiflung. 14. Kapitel Not und Elend Am 20. Januar fühlten sich die meisten der Unglücklichen so schwach, dass sie ihr Bett nicht mehr verlassen konnten. Jeder hatte außer seiner wollenen Decke noch ein Büffelfell, um sich vor der Kälte zu schützen. Sobald aber einer von ihnen den Versuch machte, seinen Arm unter der Decke hervorzubringen, empfand er so furchtbare Schmerzen, dass er ihn sofort wieder zurückziehen musste. Nachdem jedoch Ludwig Kornbütt den Ofen geheizt hatte, kamen Penelan, Misson und André Wassling aus ihren Betten und kauerten sich um das Feuer. Penelan kochte Kaffee und dieser gab den Matrosen wie auch dem jungen Mädchen, dass dazu kam, wieder neue Kraft. Ludwig Kornbütt ging nun an das Bett seines Vaters, der regungslos dalag und dessen Gebeine durch die Krankheit total kraftlos geworden waren. Der arme alte Mann murmelte einige abgebrochene Worte vor sich hin, die das Herz seines Sohnes vor Weh erbeben ließen. »Ludwig, ich werde sterben. Oh, was muss ich leiden? Rette mich,« rang es sich mühsam von seinen Lippen. Ludwig Kornbütt fasste einen schnellen Entschluss, er ging festen Schrittes auf den Obersteuermann zu und sagte, indem er sich so sehr es ihm möglich war, beherrschte, »Wissen Sie, wo die Zitronen sind, Wassling?« »Wahrscheinlich in der Kornbüse,« antwortete der Obersteuermann, ohne im Geringsten aus seiner Ruhe zu kommen. »Sie wissen sehr gut, dass die Zitronen nicht mehr dort sind,« rief jetzt Ludwig Kornbütt, »den Ihr Schurken habt Sie gestohlen.« »Sie sind hier, Herr Ludwig Kornbütt, und können sagen und tun, was Ihnen beliebt,« antwortete Wassling ironisch. »Haben Sie ja Barmen, André. Sie sehen, dass mein Vater im Sterben liegt. Sie allein können ihn retten,« antworten Sie. »Ich habe hier nichts zu sagen,« entgegnete der Obersteuermann. »Elender Schuft,« schrieb Penelan und stürzte mit dem Messer in der Hand auf Wassling zu. »Hilfe, Hilfe, meine Leute,« rief André Wassling, indem er vor der Waffe zurückwich. Sogleich sprangen Obik und die beiden Norweger aus ihren Betten und stellten sich hinter ihm auf. Misson, Turquit, Penelan und Ludwig hatten sich ihrerseits zur Verteidigung gerüstet. Auch Pierre Roquet und Grandlin gesellten sich zu ihnen, obgleich sie unbeschreiblich matt und hinfällig waren. »Noch sind sie zu stark für uns,« sagte André Wassling, »wir wollen warten, bis der Sieg von vornherein unser ist.« Die Seeleute fühlten sich so krank und mutlos, dass sie nicht wagten, die vier Elenden anzugreifen. Im Fall des Unterliegens waren sie ja verloren. »André Wassling,« sagte Ludwig Kornwüt mit matter Stimme, »stirbt mein Vater. So hast du ihn gemordet, und ich bringe dich um wie einen Hund.« Er hielt keine Antwort hierauf. Seine Feinde hatten sich nach dem anderen Ende des Lurie zurückgezogen und verharrten in Schweigen. Der Holzvorrat musste abermals erneuert werden. Ludwig Kornwüt stieg trotz der großen Kälte auf das Verdeck und begann, ein Teil der Verschanzungen abzuschneiden. Nach Verlauf einer Viertelstunde musste er jedoch davon abstehen, denn er lief Gefahr, von der Kälte übermannt zu werden. Im Vorübergehen warf er einen Blick auf das Thermometer und sah, dass es 42 Grad unter Null zeigte. Der Wind wehte aus Norden, und das Wetter war trocken und hell. Am 26. setzte der Wind um. Er kam aus Nordosten, und die Kälte sank auf 35 Grad. Johann Kornwüt rang mit dem Tode, und sein Sohn hatte vergebend sein Heilmittel für seine Schmerzen gesucht. Endlich aber gelang es ihm André Wassling, eine Zitrone aus den Händen zu reißen, die dieser soeben aussaugen wollte, und der Obersteuermann gab sich nicht die geringste Mühe, um sie wieder zu erlangen. Fast schien es, als warte er auf eine passende Gelegenheit, seine Pläne auszuführen. Der Zitronensaft verlieh dem alten Seemann wieder einige Kraft, aber das Mittel hätte in mehrfach wiederholten Dosen angewandt werden müssen. Marie flehte André Wassling auf den Knien an, ihr die heilkräftigen Früchte zu geben, aber umsonst, er antwortete mit keiner Silber für ihre Bitten, und Penelon hörte, wie er kurze Zeit darauf zu seinen Kumpanen sagte, Es wäre töricht gewesen, jetzt noch länger zu zögern, und so beschlossen Ludwig Kornbüt und seine Gefährten, ihre geringe Kraft zusammenzunehmen und in der folgenden Nacht die Schurken zu töten, um nicht von ihnen den Tod zu empfangen. Die Temperatur war heute etwas weniger kalt, und Ludwig Kornbüt benutzte diesen Umstand zu einem Gang auf die Jagd. Durch verschiedene Spiegelungs- und Brechungseffekte getäuscht, entfernte er sich unvorsichtigerweise weiter von dem Schiff, als es von vornherein seine Absicht gewesen war, und setzte, obgleich Spuren wilder Tiere auf dem Schnee ihn hätten warnen sollen, und er schon etwa drei Meilen zurückgelegt hatte, seinen Weg noch immer fort, weil er durchaus frisches Fleisch mit nach Hause bringen wollte. Da überkam ihn ein eigentümliches Gefühl, das ihm den Kopf verwirrte und ihm unerträgliche Übelkeit verursachte. Es war dies der Schwindel der Weiße. Die Rückstrahlung der Eisberge und Eisflächen erfasste ihn nämlich mit solcher Gewalt, dass es ihm schien, als durchdringe ihn die intensiv weiße Farbe vom Kopf bis zu den Füßen. Es war ihm zumut, als müsste er vor Weiße irrsinnig werden. So war sein Auge davon gesättigt, so schweifte sein Blick von weiß auf weiß. Aber ohne sich von dieser furchtbaren Wirkung Rechenschaft zu geben, ging er weiter und störte bald ein Schneehuhn auf, das er eifrig verfolgte und auch als bald erlegte. Der Vogel fiel herab und Ludwig Kornwitz sprang, um ihn zu holen, von einer Eisscholle auf die Fläche nieder. Aber anstatt einen Sprung von zwei Fuß zu tun, wie die Strahlenberechnung ihm vorgespiegelt hatte, war er zehn Fuß hoch hinabgestürzt und fiel vom Schwindel ergriffen schwer zur Erde. Obgleich Ludwig sich hierbei nicht verletzte, begann er doch, ohne eigentlich zu wissen weshalb, um Hilfe zu rufen und stand erst nach einigen Minuten, als er merkte, dass die Kälte ihn übermannte und der Trieb der Selbsterhaltung die Oberhand gewann, mühsam wieder auf. Plötzlich drang ein Duft wie von angebranntem Fett zu ihm herüber, ohne dass er sich die Entstehung desselben erklären konnte. Da der Wind von der Richtung des Schiffes her wehte, musste er vermuten, dass der Geruch von dort käme, fragte sie aber vergebens, zu welchem Zweck man auf der Brick Fett verbrenne, da solche Ausdunstung durch die Anziehungskraft, die sie auf die Eisbären ausübt, sehr gefährlich werden kann. Von dieser Sorge getrieben schlug Ludwig Kornwitz den Rückweg nach der Genardie ein. Es war ihm eine Ahnung gekommen, und bei der hohen geistigen Erregtheit, in der er sich augenlücklich befand, verwandelte sich diese in ein Gefühl furchtbaren Schreckens. Er glaubte zu sehen, wie sich kolossale Massen am Horizont hin und her bewegten und fragte sich, ob abermals ein Erdbeben der Eismassen zu befürchten sei. Mehrere weiße Wolken legten sich zwischen ihn und das Schiff, ja, er nahm wahr, wie sie an der Brick hinaufkletterten. Er blieb stehen, um das wirre Bild klarer ins Auge zu fassen, und erkannte jetzt deutlich in der vermeintlichen weißen Wolke eine Horde Eisbären. Die Tiere waren ohne allen Zweifel von dem Fettgeruch, der auch ihm aufgefallen war, angezogen worden. Ludwig Kornwitz verbarg sich hinter einem Eisberg und beobachtete von hier aus, wie drei der stärksten Tiere die Eisblöcke, auf denen die Genardie ruhte, erklommen. Bis jetzt schien die Nahgefahr auf dem Schiff nicht bemerkt worden zu sein, und Ludwig fragte sich zitternd, wie die Schiffsmannschaft sich diesem verhängnisvollen Besuch entgegenstellen und ob André Wassling und seine Kumpane sich mit den übrigen Leuten vereinigen würden, um die gemeinsame Gefahr abzuwenden. Konnten Penelon und seine von Hunger und Kälte halb gelähmten Kameraden diesen furchtbaren Tieren Widerstand leisten? Und wurden die Leute nicht von dem unvorhergesehenen Angriff überrascht? All diese Betrachtungen zogen in einem Augenblick vor dem Geist des jungen Kapitäns vorüber. Die Bären hatten indessen die Eisschollen erklommen und machten sich daran, an dem Schiff hinaufzuklettern. Ludwig Kornwitz verließ sein Versteck hinter dem Eisblock, kroch auf dem Eise näher und sah, wie die Tiere mit ihren ungeheuren Tatzen das Zelt zerrissen und dann aufs Verdeck sprangen. Kornwitz dachte daran, einen Flintenschuss abzufeuern, um seine Gefährten auf die nahe Gefahr aufmerksam zu machen. Aber er sagte sich, dass sie von den Bestien unfehlbar in Stücke zerrissen würden, wenn sie ohne jede Ahnung von dem Überfall unbewaffnet auf das Verdeck kämen. 15. Kapitel Die Eisbären Nachdem Ludwig Kornwitz fortgegangen war, verschloss Penelon vorsichtig die Tür des Logis, dieselbe mündete unter der Treppe zum Verdeck, und übernahm die Sorge für den Ofen, während seine Gefährten sich wieder in ihre Betten zurückzogen, um einigermaßen warm zu werden. So war die sechste Abendstunde herangekommen, und Penelon schickte sich an, das Abendessen zu bereiten. Er hatte bereits wassersiedend gemacht und war in die Kombüse hinabgegangen, um gesalzenes Fleisch, das er darin kochen wollte, zu holen. Als er bei seiner Rückkehr zum Ofen seine Stelle von André Wassling eingenommen fand, er saß vor dem Kessel und kochte große Fettstücke darin ab. »Ich war vor Ihnen hier, André Wassling,« redete er mit raschem Wort den Obersteuermann an. »Warum nehmen Sie mir meinen Platz fort?« »Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Sie ihn wiederhaben wollen. Ich will mir mein Abendbrot kochen,« antwortete Wassling. »Lassen Sie mich jetzt an den Kessel, oder Sie werden sehen, dass unser Streit ein schlimmes Ende nimmt,« rief Penelon. »Wir würden nichts sehen,« erwiderte höhnisch André Wassling, »und ich gedenke hier, mein Abendessen fertig zu kochen, ob es Ihnen nun recht ist oder nicht.« »Und ich sage, Sie werden Ihr Abendessen hier nicht bereiten,« rief Penelon und stürzte wütend auf André Wassling zu, der sofort nach seinem langen Messer griff und mit lautem Geschrei die Norweger und Opik zu Hilfe rief. Die Kerle waren in einer Minute und zwar mit Dolchen und Pistolen bewaffnet zur Stelle. Penelon sah jetzt, dass der Streich abgekatert war. André Wassling musste es wohl als seine Aufgabe übernommen haben, ihn selbst unschädlich zu machen, denn die anderen Kerle eilten nach den Betten der Kranken, Misson, Tyrkid und Pierre Nucquet. Dieser Letztere war so elend, dass er kaum noch eine Bewegung machen konnte und war dem wilden Herming in die Hände gefallen, während der Zimmermann Misson sich mit einem Beil gegen Opik verteidigte und Tyrkid erbittert mit dem Norweger Jockey rang. Cervic und Geradlin litten so furchtbar unter ihren Schmerzen, dass sie kaum zu bemerken schienen, was um sie her vorging. Pierre Nucquet bekam einen Dolchstich in die Seite, Herming hielt nun seine Aufgabe für erledigt, wandte sich zu Wassling, der seinen Gegner um den Leib gepackt hatte und wollte ihm in seinem Kampf beistehen. Aber gleich bei Beginn des Ringens war der Kessel auf dem Ofen umgestürzt, sodass das Fett auf die glühenden Kohlen floss und die Luft mit einem widerlichen Geruch verpestete. Marie erhob sich laut weinen von ihrem Lager und eilte auf Johann Kornbüt zu, der auf seinem Bett lag und furchtbar röchelte. André Wassling konnte es an Kraft mit Penelan nicht aufnehmen und merkte bald, dass er unterliegen würde. Da sah er, dass Herming auf ihn zukam und rief laut, »Zuhilfe, Herming! Zuhilfe! Zuhilfe, Misson!« schrie Penelan. Aber Misson lag auf dem Boden und rang mit Opik, der ihn mit einem Messer zu durchbohren suchte. Das Zimmermannsbeil war eine für diesen Kampf schlecht geeignete Waffe, er konnte sie nicht handhaben und musste die Dolchstiche parieren, die der wütende Opik ihm beizubringen suchte. Das Blut floss in Strömen, der Kampf wurde von Minute zu Minute erbitterter. Türkit war von dem ungewöhnlich starken Jockey niedergeworfen, hatte einen Dolchstich in die Schulter erhalten und suchte sich vergebens der Pistole zu bemächtigen, die in dem Gürtel des Norweger steckte. Dieser presste ihn zusammen wie in einem Schraubstock, sodass ihm jede Bewegung unmöglich wurde. Auf den Ruf André Wasslings, der von Penelan gegen die Eingangstür gedrängt war, eilte Herming herbei, aber in demselben Augenblick, als er dem Untersteuermann einen Messerstich in den Rücken versetzen wollte, streckte dieser ihn mit einem kräftigen Fußtritt zu Boden. Durch diese Bewegung Penelans gelang es André Wassling, seinen rechten Arm freizumachen, die Eingangstür jedoch, auf der die beiden Männer mit ihrem ganzen Gewicht lasteten, gab plötzlich nach und André Wassling fiel rücklingsüber. Da dröhnte ein furchtbares Gebrüll und ein ungeheurer Bär, der zuerst von André Wassling bemerkt wurde, erschien auf der Treppe. Er war höchstens noch vier Fuß entfernt, aber im nämlichen Augenblick hörte man auch einen Flintenschuss. Der Bär machte plötzlich kehrt und André Wassling, der sich wieder erhoben hatte und nicht weiter auf Penelan achtete, setzte ihm nach. Der Untersteuermann richtete nun die eingeschlagene Tür wieder ein und blickte umher. Mison und Jurgit lagen von ihren Feinden geknebelt in einer Ecke und suchten vergebens ihre Bande zu zerreißen. Penelan eilte ihn zu Hilfe, wurde jedoch von den beiden Norwegern und Obik zurückgestoßen. Seine Kraft war so erschöpft, dass er diesen drei Männern keinen Widerstand mehr leisten konnte und binnen weniger Minuten regungslos gefesselt war. Dann eilten seine Peiniger auf das Geschrei des Obersteuermanns nach dem Verdeck, denn sie glaubten nicht anders, als dass er dort mit Ludwig kaum bekämpfte. André Wassling rang hier mit einem Bären, dem er bereits zwei Dolchstiche beigebracht hatte. Das Tier schlug mit den fürchterlichen Tatzen nach seinem Gegner, suchte ihn zu treffen und drängte ihn immer weiter nach den Verschanzungen. Es blieben ihm nur noch wenige Schritte Raum zum Zurückweichen, dann war er unrettbar verloren. Da wurde plötzlich ein zweiter Schuss abgefeuert und der Bär rollte zu Boden. André Wassling schaute auf und sah, dass Ludwig Kornbütt, der in den Wevelings des Fockmastes saß, ihn gerettet hatte. Die Kugel war dem Bären ins Herz gedrungen und hat ihn augenblicklich getötet. Aber der Hass gegen Ludwig Kornbütt war zu groß in André Wassling, als dass die Dankbarkeit eine Rolle bei ihm finden konnte. Er blickte um sich und sah, dass Opik tot auf dem Verdeck ausgestreckt lag. Der Bär hatte ihm mit einem Schlag seiner ungeheuren Tatze den Kopf zerschellt. Jocki wehrte sich mit einem Beil in der Hand verzweifelt gegen denselben Bären, der soeben seinen Kameraden niedergeschlagen. Das Tier blutete bereits aus mehreren Wunden, kämpfte aber nur um so erbitterter weiter. Ein dritter Bär trottete auf das Vorderdeck des Schiffes zu. André Wassling bekümmerte sich nicht um ihn und vereinigte sich mit Herming, um Jocki von der Umarmung des Bären zu befreien. Beide feuerten ihre Pistolen auf das Tier ab, aber als es zu Tode getroffen niedersank, hielt es nur noch einen Leichnam in seinen Tatzen. »Es sind unsere nur noch zwei«, sprach André Wassling wildgrollend, »sollen wir jedoch unterliegen, so will ich mich zuvor noch rächen.« Herming lud, ohne hierauf zu antworten, seine Pistole nochmals, man musste den dritten Bären unschädlich zu machen suchen. Wassling blickte nach dem Vorderdeck hinüber und sah, dass die Bestie die Verschanzungen erklettert hatte und in den Wevelings empor klommen, um Ludwig Kornbütt zu erreichen. Der Obersteuermann ließ seine Flinte sinken. Eine teuflische Freude spiegelte sich in seinen Augen. »So kann ich mich noch an dir rächen«, rief er. Inzwischen hatte sich Ludwig Kornbütt auf den Fockmast geflüchtet, aber der Bär stieg ihm auch dorthin nach und war jetzt nur noch sechs Fuß von ihm entfernt. Da legte Ludwig seine Flinte an und zielte auf das Tier. Auch André Wassling machte sich schussfertig. Wenn der Bär fiel, wollte er Ludwig Kornbütt töten. Der junge Kapitän feuerte auf die Bestie, aber es schien, als sei sie nicht getroffen. Mit einem Sprunge schwangen sie sich auf den Fockmast, sodass der ganze Mast erbebte. André Wassling stieß einen Freuden-Schrei aus. »Herming, hole mir Marie, hole mir meine Braut«, rief er dem norwegischen Matrosen zu, und dieser stieg eilends in das Logis hinab. Das wütende Tier war auf Ludwig Kornbütt zugestürzt, der auf der entgegengesetzten Seite des Mastes Schutz suchte. In dem Augenblick aber, als es die kolossale Tatze auf ihn herabsenken wollte, um seinen Kopf zu zerschmettern, ergriff der gewandte Seemann eine der Pardönen und ließ sich an ihr hinuntergleiten. Auf halbem Weg jedoch pfiff eine Kugel dicht an seinem Ohr vorüber. André Wassling hatte auf ihn geschossen und ihn verfehlt. Nun standen die beiden Gegner mit den Messern in der Hand einander gegenüber. Dieser Kampf musste entscheidend werden. Um seinen Rachedurst vollständig zu kühlen, hatte André Wassling die Gegenwart des jungen Mädchens beim Tode ihres Geliebten verlangt und sich hierdurch der Hilfe Hermings beraubt. Er war infolgedessen nur noch auf sich selbst angewiesen. Die beiden Feinde packten sich so fest, dass keiner zurückweichen konnte. Einer von ihnen musste sterben. Schon floss das Blut bei beiden. André Wassling suchte mit seinem Arm den Hals des Gegners zu umschlingen und ihn zu Boden zu werfen, aber Ludwig Kornbüt wusste sehr wohl, dass wer zuerst fiel, auch verloren war und hielt seinen Feind fest umklammert. Hierbei gelitt ihm jedoch sein Dolch aus der Hand. In diesem Moment erhob sich ein herzzerreißendes Geschrei. Der norwegische Matrose schleppte Maria bei. Ludwig Kornbüt fühlte, wie ihn die Wut übermannte. Er wollte André Wassling loslassen, da wurden beide Gegner von einer kräftigen Umarmung zusammengepresst. Der Bär war vom Fockmast herabgeklettert und suchte jetzt, die Männer zu erdrücken. André Wassling stand gegen den Körper des Tieres gelehnt und Ludwig Kornbüt fühlte, wie die Tatzen des Ungeheuers ihm ins Fleisch drangen. »Zuhilfe! Zuhilfe, Herming!« schrie der Obersteuermann. »Zuhilfe, Penelan!« rief Kornbüt. Gleich darauf ließen sich Schritte auf der Treppe hören, Penelan erschien und in der nächsten Minute entlud sich seine Pistole in das Ohr der Bestie. Ein entsetzliches Gebrüll ertönte, das Tier lockerte von Schmerz, überwältigte seine Tatzen und Kornbüt glitt in diesem Augenblick halbtot vor Erschöpfung aufs Verdeck nieder. Dann aber drückte der Bär in wütendem Todeskampf sein Opfer, den elenden Wassling, zusammen, riss den Leichnam im Falle mit sich und zermalmte ihn unter seinem Gewicht. Penelan eilte nun Ludwig Kornbüt zu Hilfe und fand zu seiner großen Freude, dass keine schwere Verletzung das Leben des Freundes gefährdete. Er hatte nur momentan das Bewusstsein verloren. »Marie«, war sein erstes Wort, als er wieder zum Leben erwachte. »Gerettet«, frohlockte der Untersteuermann, »dort liegt Herming mit einem Dolchstoß durch den Leib. Und die Bären? »Tod, Ludwig, tot wie unsere Feinde. Ohne die Dazwischenkunft dieser Tiere wären wir verloren gewesen. Lass uns Gott danken für seine Gnade.« Ludwig Kornbüt und Penelan gingen in das Logis hinab und führten das halb ohnmächtige Mädchen mit sich. 16. Kapitel Ludwig Kornbüt und seiner Verlobten bevor. Ihr Vater gab kein Lebenszeichen mehr von sich. War er vor Angst um seinen Sohn, den er in der Hand der Feinde wusste, gestorben? Verschied er bereits, ehe die furchtbare Szene sich abspielte? Niemand konnte darauf antworten und der brave alte Seemann war tot. Ludwig und das junge Mädchen verfielen durch diesen unerwarteten Schlag der tiefsten Trauer. Sie knieten neben der Leiche nieder und beteten innen brünstig für die abgeschiedene Seele. Penelan, Misson und Turquit wollten sie in ihrem Schmerz nicht stören und stiegen wieder auf das Verdeck. Hier harte ihrer noch manche Arbeit. Die Körper der drei Bären wurden auf das Vorderdeck geschleppt und Penelan behielt sich vor, ihre Pelze zu verwenden. Das Fleisch der Tiere zu essen war ihm keinen Augenblick in den Sinn gekommen. Auch hatte sich ja die Zahl der Mannschaft während der letzten Stunden so sehr vermindert, dass jede Sorge in dieser Beziehung überflüssig wurde. André Wassling, Opik und Jocky fanden ihr Grab an der Küste dabei und bald folgten ihnen auch Herming, der ohne Reue und Buße in der folgenden Nacht seine schwarze Seele aushauchte. Die drei Seeleute besserten nun ihr Zelt aus, das an mehreren Stellen arg zerrissen war und den Schnee ungehindert auf das Verdeck fallen ließ. Die Temperatur blieb immer noch sehr niedrig und änderte sich erst am 8. Februar, an welchem Tage die Sonne wieder über dem Horizont erschien. Johann Kornbütt ward gleichfalls an der Küste beerdigt. Er hatte seine Heimat verlassen, um dem einzigen Sohn Hilfe und Rettung zu bringen und musste nun hier dem schrecklichen Klima zum Opfer fallen. Sein Grab erhob sich auf einem Hügel und wurde durch ein einfaches Holzkreuz bezeichnet. Von diesem Tag an hatten Ludwig Kornbütt und seine Gefährten noch manche harte Prüfung zu bestehen. Ihre Gesundheit aber erlangten sie wieder, und zwar durch den Genuss der Zitronen, die sie bald nach der Katastrophe wieder fanden. 14 Tage nach dem beschriebenen furchtbaren Ereignis waren auch Servic, Gradlin und Pierre Nouquet so weit hergestellt, dass sie ihr Lager wieder verlassen und sich durch körperliche Bewegung stärken konnten. Die Jagd wurde bald leichter und ergiebiger, die Seevögel kehrten in großen Schwärmen zurück und auch eine Art wilder Ente, die sich in dieser Gegend sehr häufig fand, lieferte einen ganz vorzüglichen Braten. Die Jäger hatten bei ihren Ausflügen keinen anderen Unfall, als dass sie zwei von ihren Hunden einbüßten, als sie 25 Meilen südlicher die Stärke des Eises rekognizieren wollten. Im Monat Februar schneite und stürmte es fast unaufhörlich. Die mittlere Temperatur betrug noch immer 25 Grad unter Null, aber doch litten die Überwinterer vergleichsweise wenig von der Kälte. Bald kündigte ihnen die Sonne, die sich mehr und mehr über den Horizont erhob, das Ende ihrer Prüfungen an. Und wir durften wohl annehmen, dass auch der Himmel Erbarmen mit den armen Seeleuten fühlte, denn die Wärme stellte sich in diesem Jahr außergewöhnlich frühzeitig ein. Schon im Monat März kreisten einige Raben um das Schiff und ihnen folgten Flüge wilder Gänse und Kraniche, die sich auf ihren nördlichen Wanderungen bis hierher verloren hatten. Die Rückkehr der Vögel war das Signal für die Verminderung der Kälte, doch durfte man nicht zu feste Hoffnungen darauf bauen, denn bei einem Wechsel des Windes, bei Neumond oder Vollmond, ging die Temperatur oft plötzlich wieder herunter und die Seeleute waren gezwungen, wieder ihre größten Vorsichtsmaßregeln in Anwendung zu bringen. Die Verschanzungen des Schiffes, die Verschläge des Deckzimmers, das sie nicht bewohnten, und einen bedeutenden Teil der Brücke hatte man bereits als Brennmaterial verbraucht, es war also hohe Zeit, dass die Überwinterung zu Ende ging. Im März stellte sich die Durchschnittstemperatur nicht über 16 Grad und Marie musste eilen neue Kleider für die wärmere Jahreszeit zu verfertigen. Seit der Tag- und Nachtleiche war die Sonne beständig über dem Horizont geblieben und somit hatten die acht Monate steter Helligkeit begonnen, deren ununterbrochene Wärme eine so wunderbare Wirkung auf das Schmelzen des Eises übt. Man musste sehr vorsichtig zu Werke gehen, um die Genardie von dem hohen Bett der Eisschollen, das sie umgab, herabzulassen. Der Schiff wurde solide gestützt und man hielt es nun für geeignet zu warten, bis die Schollen durch den Eisgang brechen würden. Aber es bedurfte dessen nicht, die inneren auf einer wärmeren Wasserschicht ruhenden Eisschollen lösten sich allmählich ab, die Brick senkte sich nach und nach und als die ersten Tage des April herankamen, war sie wieder auf ihrem natürlichen Niveau angelangt. Stürmische Regengüsse beschleunigten jetzt noch die Zersetzung des Eises und das Thermometer sank wieder auf 10 Grad unter Null. Einige von den Leuten legten jetzt ihre Robbenfeldkleide ab und man fand es nicht mehr nötig, wie bisher Tag und Nacht, das Feuer in den Öfen zu unterhalten. Der Vorrat an Spiritus war bereits sehr zusammengeschmolzen und wurde nur noch zum Kochen der Speisen verwandt. Bald begann das Eis mit dumpfem Krachen und großer Schnelligkeit auseinander zu bersten und man konnte nicht mehr ohne Gefahr einzubrechen auf den Flächen vorgehen, sondern musste erst mit einem Stock das Terrain sondieren, ehe man einen Schritt tat. Mehrmals fiel dieser oder jener von den Seeleuten ins Wasser, aber sie kamen immer mit einem kalten Bade davon. Auch die Robben stellten sich wieder ein und waren eine willkommene Jagdbeute, denn ihr Fett konnte außerordentlich nutzbar gemacht werden. Die Gesundheit der Mannschaft blieb vorzüglich und jeder machte sich nach Kräften mit Vorbereitungen zur Abfahrt und mit der Jagd zu schaffen. Ludwig Kornbüt studierte häufig das Fahrwasser und beschloss endlich, nach der Gestaltung der mittägigen Spitze, die Durchfahrt mehr im Süden zu versuchen, denn schon begann der Eisgang an mehreren Stellen und schwimmende Eisberge strömten auf die hohe See zu. Am 25. April wurde das Schiff instand gesetzt, die Segel verließen ihre Futurale und zeigten sich als vollkommen gut erhalten. Und jedes Herz schlug freudig, weil sie sich zum ersten Mal wieder im Hauch des Windes blähten. Das Schiff verbebte, denn wenn es sich auch noch nicht von der Stelle bewegen konnte, so hatte es doch seine Wasserlinie wieder gefunden und ruhte wieder in seinem natürlichen Element. Im Monat Mai taut er es mit Macht und der Schnee auf dem Ufer schmolz und bildete einen so dichten Schlamm, dass die Küste fast unzugänglich wurde. Ja, kleine, zartrosige, blasse Heidekräuter zeigten sich sogar unter der Schneedecke und schienen der geringen Wärme schüchtern zuzulächeln. Das Thermometer stand endlich wieder über Null. Zwanzig Meilen südlich von dem Schiff fluteten bereits vollständig losgelöste Eisschollen dem Atlantischen Ozean zu und obgleich das Meer um die Jeunardie noch nicht ganz frei war, stellte sich doch ein Fahrwasser her, das Ludwig Kornbütt zu benutzen gedachte. Am 21. Mai, nach einem letzten Besuch bei dem Grabe seines Vaters, verließ Ludwig Kornbütt die Überwinterung bei. Das Herz der Seeleute war voll Freude, aber auch voller Traurigkeit, denn niemand verlässt leichtgültig und ohne Wehmut den Ort, wo er einen Freund sterben sah. Der Wind wehte aus dem Norden und begünstigte die Abfahrt der Brigg, aber oft wurde sie von Eisblöcken aufgehalten, die mit der Säge durchschnitten werden mussten, ehe das Schiff seine Fahrt fortsetzen konnte, denn wieder türmten sich Eisschollen vor der Jeunardie auf, und es mussten Minen angelegt werden, um sie zu sprengen. So schwebte das Schiff noch während eines ganzen Monats in Gefahr und zwar oft nur um ein Haar breit von seinem Untergang entfernt, aber die Mannschaft hielt sich gut und war schwierige und gefahrvolle Manövre gewöhnt. Pénélan, Pierre Nauquet und Fidel Misson allein schafften so viel wie sonst zehn Matrosen, und Marie hatte für jeden ein freundliches Wort und ein dankbares Lächeln. Endlich auf der Höhe der Insel Janmain wurde die Jeunardie ganz eisfrei und am 25. Juni begegnete sie Schiffen, die zum Robben und Walfischfang nach Norden fuhren. Die Brigg hatte beinahe einen Monat gebraucht, um aus dem Eismeer zu kommen. Am 16. August befand sich die Jeunardie in Sicht von Dünkirchen. Sie war von der Wache signalisiert worden, und die ganze Hafenbevölkerung eilte ihr auf dem Damm entgegen und bald drückten die Seeleute ihre Frauen und Kinder an die Brust. Der alte Pfarrer empfing Ludwig Kornbüth und Marie mit seinem schönsten Segen und von den zwei Messen, die er am folgenden Tag las, galt die erste der Ruhe von Johann Kornbüths Seele, die andere den beiden Verlobten, die schon so lange durch die Zeit des Unglücks geeint worden waren. Million scenarios mit dem Puttingetrchen unter Waient время geänt der Radio und die ganze Zeit des Unglücks mit dem Roden das Gegenteils die